Einen wunderschönen guten Abend aus dem Studio in Leipzig. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unseren Cancer Grand Rounds, der gemeinsamen Veranstaltung mit dem Universitätsstandort Jena, Comprehensive Cancer Center Central Germany. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema für die Grand Rounds gewählt, nämlich das Thema der Metastasen. Das ist ein fundamentales Thema der Krebsmedizin, denn die Metastasierung ist letztendlich in vielen Fällen das, was die Prognose entscheidend verschlechtert und was wir uns wünschen zu verhindern, am besten von Anfang an zu verhindern oder, wenn Metastasen auftreten, diese optimal zu behandeln. Wir haben heute ein ganz fantastisches Panel an Sprechern gewonnen, die uns von den Grundlagen der Metastasierung über die Behandlung der sogenannten Oligometastasierung einführen werden in das Thema. Sie werden kennenlernen Herrn Professor Lange aus dem Institut für Anatomie der Universitätsmedizin Jena, ein ausgewiesener Metastasenforscher. Wir haben auch eingeladen Professor Haneke van Laarhofen, die Leiterin der medizinischen Onkologie an der Universitätsmedizin in Amsterdam, die sich intensiv mit der internistischen und multimodalen Behandlung der Oligometastasierung, vor allem von gastrointestinalen Tumoren befasst. Und das Thema wird abgeschlossen durch unseren Strahlentherapeuten, hier in Leipzig Herrn Professor Nils Nikolai. Die Strahlentherapie hat eine zunehmende Bedeutung in der Beherrschung und Kontrolle von Metastasen mit dem Ziel, die Lebensqualität und die Überlebenszeit von Patienten mit Metastasen zu verlängern. Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Wir werden teilweise in der Sprache etwas zwischen Englisch und Deutsch hin und her switchen, gerade dadurch, dass wir auch unsere Expertin aus Holland mit dazu gewinnen konnten. Unsere deutschen Referenten haben englische Dias vorbereitet, werden aber im Wesentlichen auf Deutsch sprechen. Und damit brauchen wir uns gar nicht mehr länger gedulden. Ich kann übergeben an Herrn Prof. Lange. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag mit dem Titel Fundamentals of Metastasis, die Grundlagen der Metastasierung bei Krebs. Ja, ganz herzlichen Dank, Prof. Lordig, für diese nette Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass ich die Chance habe, jetzt ein wenig zu berichten aus meinem Erfahrungshorizont im Bereich der Grundlagen der Metastasierung. Ich möchte meinen Vortrag heute fokussieren auf die hämatogene Metastasierung von soliden Tumoren. Denn das ist tatsächlich auch in der Klinik natürlich ein ganz häufiger Grund für krebsbezogenes Versterben in unserer Bevölkerung, eigentlich international. Und es ist nebenbei bemerkt auch das zentrale Thema meiner Arbeitsgruppe, die sich seit einigen Jahren eben mit den Mechanismen der hämatogenen Metastasierung solider Tumore befasst. Dieses Bild habe ich zum Einstieg gewählt. Und ich denke, viele von uns und von Ihnen sind sich sehr bewusst darüber, dass es bei der Disseminierung systemisch sich häufig um ein sehr frühes Event handelt. Häufig schon, bevor der Patient, die Patientin zu uns in die Klinik kommt und therapiert wird initial, sei es jetzt durch operative Verfahren, Bestrahlung, andere systemische Verfahren, die dann teilweise eben auch ja adjuvant anschließend noch therapiert werden, findet eine erste Disseminierung vom Primärtumor bereits statt, bevor die Patienten überhaupt das erste Mal auftauchen. Und das Problem liegt genau schon darin, dass wir dann den typischen klinischen Verlauf sehen hier, dass die Patienten eigentlich unauffällig bleiben nach der initialen Therapie im Stadium einer nicht sichtbaren, zumindest mit den heutigen Routine-Diagnostika oft nicht sichtbaren, ja, geringfügigen Metastasierung, die dann charakterisiert ist dadurch, dass die Tumorzellen, die bereits disseminiert haben, in ein Stadium der Dormancy übergegangen sind. Und aus diesem Stadium der Dormancy können Sie dann unter noch eigentlich sehr schlecht verstandenen Mechanismen austreten und sukzessive das Metastasenstroma kolonisieren. Und das führt dann natürlich zur klinisch manifesten Metastase bei einem Patienten im Stadium 4, dann mit häufig auch späten metastatischen Rezidiven. Die Dauer, die hier dazwischen liegt, ist hochvariabel, schwankt auch stark von Entität zu Entität. Von der biologischen Sichtweise her wird das abgebildet hier durch das Aussenden einzelner Zellen oder auch kleiner Zellcluster vom Primärtumor, eben häufig schon vor der Initialtherapie. Und diese Tumorzellen, die sich hier ablösen vom Primärtumor, müssen in der Lage sein, hier invasiv zu migrieren in das umgebende Bindegewebe, um dann Anschluss zu bekommen an Tumorgefäße, in die sie einwandern, über diesen Schritt der Intraversation. Und dann müssen diese Tumorzellen, die wir fortan als zirkulierende Tumorzellen bezeichnen, im Blutstrom, sie müssen sehr schnell in der Lage sein, den Blutstrom auch wieder suffizient zu verlassen, um dann hier im Ort der spätere Metastase zu überleben. Und dann entscheidet es sich, ob die Tumorzelle erst mal in das Stadium der Dormensie übergeht oder direkt anfängt zu kolonisieren. Auch das kann natürlich vorkommen über das Stadium der Mikrometastasierung, die dann weiter auswachsen zu Makrometastasen. Faszinierend ist, dass eine ganze Reihe von Tumorzellen hier, die initial auswandern, eben nicht in der Lage sind, am Ende tatsächlich Metastasen hervorzubringen. Das sind die disseminierenden Tumorzellen, die eben dann nicht am Ende tatsächlich Metastasen bilden. Die anderen, die dazu in der Lage sind, würden wir als metastaseninitierende Zellen oder MICs bezeichnen. Man kann zusammenfassend sagen, dass insbesondere diejenigen Tumorzellen, die im Verlauf der Erkrankung eben eine progressive Resistenz gegenüber verschiedenen Stressoren zeigen, diejenigen sind, die am Ende auch Metastasen bilden werden. Und das sind ganz vielerlei Stressoren, die hier einwirken auf die Tumorzellen. Das können physikalische, biochemische, aber auch metabolische und auch immunologische Stressoren sein. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind eigentlich jetzt, und es ist ja relativ aktuell dann auch gut zusammengefasst worden, verschiedene Grundprinzipien der Metastasierung klar geworden. Und das Erste, was wir hier sehen, oft, ich möchte Sie jetzt erstmal hierfür erst nur sensibilisieren, für diesen linken Teil, dass wir erstmal nur das erste Viertel dieser Torte sozusagen anschauen, der Primärtumor selbst bereitet den gesamten Organismus schon vor, dafür, dass Metastasen entstehen, noch bevor die initiale Disseminierung stattfindet. Das ist, glaube ich, ein Prinzip. Das Zweite ist, dass natürlich die Primärtumorzellen, die später Metastasen bilden, insbesondere Resistenz entgegenüber der Therapie, die angewandt wird. Drittens kommen hinzu zwei parallele Vorgänge, die sich nicht komplett widersprechen, die man aber differenziert betrachten muss. Einerseits die genetische Selektion von Metastasen initiierenden Zellen aus einer sehr heterogenen Population von Primärtumor-Fozi, sodass hier über genetische Ansammlung von Mutationen letztendlich auch Metastasen initiierende Zellen im Sinne einer Evolution selektioniert werden. Es gibt aber bis zum heutigen Tag keine definierte Signatur an Mutationen, die Metastasierung vorhersagen würde, was anders ist als im Falle der typischen Adenom-Karzinom-Sequenz, wo wir für die Tumorentstehung sehr gut beschreiben können, welche Mutationen es denn sind. Man muss also berücksichtigen, dass parallel die zelluläre Plastizität noch mit eine Rolle spielt, die dazu führt, dass die späteren metastasierenden Zellen besonders gut in der Lage sind, sich transkriptionell zu unterscheiden und heterogen zu werden. Was sie in die Lage versetzt, dann eben auch metabolisch sich ständig wechselnden Umgebungsbedingungen anzupassen. Und das Ganze ist offenbar nicht genetisch, sondern auch epigenetisch determiniert. Und das Epigenom ist natürlich ein Riesenthema, was hier bei diesen schnell wechselnden Bedingungen eine Rolle spielt. Und das geht einher mit diesem Stück der Torte, wo wir sehen, dass natürlich Tumorzellen insbesondere in der Lage sein müssen, verschiedene Programme, die sie einmal erlernt haben, beispielsweise bei der Entwicklung und längst abgestellt haben, oder auch bei regenerativen Vorgängen, die eigentlich in der Pathophysiologie gut beschrieben sind, nun von Tumorzellen abgespielt werden, obwohl das nicht adäquat ist, was sie aber dazu befähigt, auch im Sinne der Plastizität, dann eben zu metastasieren. Ein weiterer ganz großer Block ist die Umgehung der Immunabwehr. Ja, das ist insbesondere zu erwähnen vielleicht die Abwehr durch natürliche Killerzellen gegenüber den zirkulierenden Tumorzellen im Blutstrom. Aber auch andere Vertreter der angeborenen und auch der spezifischen Abwehr werden hier sozusagen von den Tumorzellen umgangen. Und dann ist der Punkt zu erwähnen, den wir vorhin schon genannt haben, die Fähigkeit zum Eingang und zum Ausgang in und aus der Dormancy. Was einhergeht mit dem letzten Punkt, nämlich der Adaptation an organspezifische Mikroumgebungen. Das also je nachdem, wo die Tumorzelle hin metastasieren möchte oder kann, eben dann auch eine besondere Fähigkeit zur Anpassung an die dortigen Umgebungsbedingungen herrscht. Und wir sehen an diesem Schema, dass ganz viele Prinzipien der Metastasierung mit dem Primärtumor ganz eng assoziiert sind. Und das ist der Grund, und jetzt möchte ich so ein bisschen zu dem kommen, was wir bei uns in unserer Arbeitsgruppe in den letzten Jahren machen. Das ist der Grund, weshalb wir in unserem Bemühen, möglichst die Metastasierung solider Tumore als Ganze zu simulieren oder zu modellieren in einem komplexen Modellsystem, immer auch Primärtumore mit beinhalten. Das heißt, wir transplantieren humane Tumorzellen. Das können Zellinien sein, das können Tumororganoide sein, die von Patienten abgeleitet sind oder auch direkte Patienten abgeleitete Xenographs, PDX-Modelle, die dann transplantiert werden auf immundefiziente Mäuse, denen eine adaptive Immunität fehlt, damit eben die humane Tumorzellen überhaupt anwachsen als Tumor, wohingegen die angeborene Immunität sehr wohl vorhanden ist. Wir haben ja verschiedene Maushintergründe, die sich unterscheiden. In der Funktionalität beispielsweise von NK-Zellen, aber auch in der Kommunikation zwischen Tumorzellen und Makrophagen, was reguliert ist über verschiedene Faktoren, die hier in diesen unterschiedlichen Maushintergründen auch verschieden ausgeprägt sind, sodass wir diese Fragestellung auch adressieren können. Und wir warten dann auf das Wachstum eines Primärtumors und wissen, dass zu diesem Zeitpunkt schon Mikrometastasen vorliegen. Und wir fokussieren hierbei insbesondere auf die Lunge und den Knochen. Und wir können diese Metastasen quantifizieren, und zwar über Histologie und auch über DNA-Nachweisverfahren, die sehr sensitiv sind, denn wir sind jetzt im Xenograph-Bereich. Das heißt, wir können humane DNA sehr gut natürlich unterscheiden von dem Maushintergrund und somit einen Anhaltspunkt gewinnen für die Metastasenlast, die dort vorliegt. Und wir können dann natürlich molekular diese Primärtumore sehr, sehr gut vergleichen und analysieren über verschiedenste Methoden und vergleichen hier dann natürlich solche Primärtumore mit starker Metastasierungskompetenz gegenüber solchen mit niedriger Metastasierungskompetenz mit dem Bemühen, die Treiber der Metastasierung zu identifizieren. Wir können die Tumorzellen auch markieren und somit zugänglich machen oder nutzbar machen für verschiedene Imaging-Methoden in vivo. Wir können die Tumore chirurgisch entfernen, um eben genau auch diese klinische Situation besser zu simulieren, dass wir eigentlich dann postoperativ auch zunächst noch dormante Tumorzellen zum Auswachsen bewegen, sodass diese dann zu größeren Metastasen heranwachsen, die wir auch über Imaging-Verfahren in vivo detektieren. Wir können die dann isolieren über Laserschneideverfahren an histologischen Schnitten, um sie gezielt dann molekularen Untersuchungen zu unterziehen. Wir können auch die Tumorzellen zurückgewinnen und funktionell charakterisieren. Und das können wir natürlich dann insbesondere genauer noch für den direkten Vergleich korrespondierende Primärtumore mit den dazugehörigen Metastasen aus demselben System. Wir nutzen dieses System dann natürlich auch, um zu interferieren mit dem Vorgang der Metastasierung. Das heißt, wir können die Tumorzellen targeten mittels beispielsweise genetischer Verfahren. Wir können die Mäuse natürlich auch verändern über Knockout-Techniken oder neue Therapien austesten, die potenziell antimetastatisch wirken. Mit solchen Modellen in der Hand haben wir in den letzten Jahren dann einen weiteren Fokus entwickelt. Und zwar auf eine Molekülfamilie, die in vielerlei Hinsicht wichtig ist für die Metastasierung. Und das sind die Selektine. Die Selektine stehen im Fokus der Entzündungs- und der Metastasierungsforschung seit vielen, vielen Jahren. Das ist also nicht aus meiner Gruppe entstanden. Aber wir haben das weitergeführt und haben angeknüpft an vieles, was dort bereits vorhanden war. Und die Selektine sind deshalb wichtig, weil sie beispielsweise über das P-Selektin, was Sie hier eingeblendet sehen, was auf den Blutplättchen vorkommt, auf aktivierten Thrombozyten exprimiert wird, initial schon bei der Aussaat von zirkulierenden Tumorzellen interagieren mit der Oberfläche der Tumorzellen und somit einen Mantel bilden um die Tumorzelle. Die Tumorzelle schützt vor den widrigen Umständen, die hier in der Zirkulation herrschen. Und das sind insbesondere der mechanische Scherstress, der durch den Blutstrom zustande kommt, die natürlichen Killerzellen, die ich vorhin erwähnt hatte, und auch intrinsische Apoptosewege, die angeschaltet werden, sobald Tumorzellen sich hier von der extrazellulären Matrix des Primärtumors ablösen. Dieser Mantel schützt also offenbar und die Bindung dieses Mantels aus Thrombozyten an der Tumorzelloberfläche wird vermittelt über das P-Selektin und seine Liganden. Die Liganden sitzen auf den Tumorzellen und bestehen aus Kohlenhydratseitenketten, insbesondere aus Proteoglykanen. Darüber hinaus zählen noch E-Selektin und L-Selektin zu dieser Molekülfamilie. Das E-Selektin ist hier exprimiert im Endothel, in der endothelianen Barriere am Ort des Auswanderns und vermittelt die initiale Anheftung der Tumorzellen an die Gefäßwand, was eine Voraussetzung ist für die Durchwanderung des Endothels mit der anschließenden Metastasenbildung dann, wenn die Dormensie überkommen werden kann. Das L-Selektin hilft hier auch. Das L-Selektin sitzt auf den Leukozyten, beispielsweise auf Monozyten hier im Blutstrom des Patienten und heftet sich ebenfalls auch an Kohlenhydratreste auf der Tumorzelloberfläche an und hilft bei dem ganzen Prozess hier, sodass wir über mehrere Schritte die Selektine hier bei der Adhesion ganz wichtig vorliegen haben. Und auch das E-Selektin bindet an Zuckermoleküle auf der Tumorzelloberfläche, weshalb wir ein großes Interesse an der Glykokalyx von zirkelinen Tumorzellen entwickelt haben. Und in einer Studie, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, haben wir uns näher mit dem E-Selektin befasst und haben ein klinisch zugelassenes Medikament, das Bortezomib, was eigentlich für die Therapie von Patientinnen mit multiplen Myelomen viele Jahre schon zugelassen ist, aber nicht im soliden Bereich, gezeigt hat, dass wir damit die vom Primärtumor schon in der prämetastatischen Phase ausgelöste Induktion von E-Selektin geblockt werden kann. Man muss sich das so vorstellen, der Primärtumor setzt, wie vorhin schon angedeutet, systemisch Zytokine frei, dysreguliert die systemische Entzündung und führt in einigen Organen jetzt zu einer Induktion über ein Zytokin-Rezeptor und das Signaling, was dann daraus resultiert, zu einer Induktion von Zellartesionsmolekülen auf Endothelzellen, wie beispielsweise E-Selektin. Und mit dem Bortezomib können wir jetzt, dadurch, dass wir die Aktivierung dieses Signalwegs durch Hemmung des Proteasoms blockieren, die Dichte an E-Selektin-Molekülen reduzieren. Und das führt in einem Anteil an Tumoren, die wir untersucht haben, tatsächlich auch zu einer Reduktion der Metastasierung in unserem Mausmodell. Dabei hängt es aber ganz klar davon ab, ob wir hier nicht kanonische E-Selektin-Liganden auf der Tumorzelloberfläche haben, die also bislang in der Literatur schlecht beschrieben sind, die eine schwach affine Bindung an E-Selektin ermöglichen. Sobald wir die typischen E-Selektin-Liganden vorliegen haben, die eine sehr hoch affine Bindung an das E-Selektin zeigen, reicht offenbar der Bortezomib-Effekt auf die zugegebenermaßen nur 60-prozentige Reduktion des E-Selektins nicht aus, um die Anzahl an entstehenden Lungenmetastasen zu reduzieren. In der nächsten Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte, das möchte ich beispielhaft machen dafür, dass wir offenbar mehrere Targets ansteuern müssen gleichzeitig im Sinne einer Trippeltherapie. Denn hier haben wir jetzt in unserem Mausmodell nicht nur das E-Selektin im Fokus gehabt, sondern auch das P-Selektin und eine weitere Molekülfamilie, die hier pathophysiologisch eng im Zusammenhang steht mit den Selektin, das sind die Integrine auf den Tumorzellen. Und wir haben uns dafür entschieden, das E- und das P-Selektin in den Mäusen auszunocken und ein spezifisches Integrin auf den Tumorzellen zu reduzieren mittels gentechnischer Veränderung dieser Zellen. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir in einem Tumortransplantationsmodell, in dem die Tumorzellen wie bei der Metastasierung in der Lage sein müssen, sich am neuen Ort in fremden, in fremder Umgebung zu etablieren als Tumorzellverband, dass da die beiden Selektine der Maus keine Rolle spielen. Hier sehen Sie Kaplan-Meier-Kurven, also das Überleben der Mäuse, was bestimmt wird durch das Wachstum, durch die Wachstumsfähigkeit dieser Tumorzellen, die in eine neue Umgebung gegeben werden über unser Modellsystem. Die Selektine spielen keine Rolle. Das sind drei verschiedene getestete Modelle. Hier ein Ovarialkarzinommodell, ein Pankreaskarzinommodell und auch ein Prostata-Karzinommodell, alles jeweils human. Und Sie sehen das hier in der Bedingung, wo wir das Beta-4-Integrin ausgeschaltet haben in den Tumorzellen, dass dort bereits diese Tumorinitiation reduziert ist. Das heißt, die Mäuse leben länger. Sie profitieren im Überleben davon. Was uns überrascht hat, war dann der synergistische Effekt oder der, sagen wir mal, kooperative Effekt, der sich einstellte. Sie sehen es an den grünen Linien beim Überleben zwischen der Kombination des Doppel-Knockouts für I&P-Selektine und des Knockdowns von Beta-4-Integrin, was dazu führte, dass in diesen Mäusen teilweise kaum noch Tumore angewachsen sind. Und wir erklären das mittlerweile dadurch, das haben wir im letzten Jahr dann auch publiziert, dass offenbar die tumorassoziierten Leukozyten, die hier also in den sich entwickelnden Tumorverband einwandern, unter normalen Bedingungen nicht so stark auf die Selektine angewiesen sind. Denn wir haben keine starke entzündliche Reaktion in diesem Modell. Nach Knockdown oder gentechnischer Reduktion von Integrin Beta-4, so wie hier in diesem Bild gezeigt, mit dem verlangsamten Wachstum und dem verbesserten Überleben, haben wir eine verstärkte Einwanderung von Leukozyten in das Tumor-BET. Und das scheint abhängig zu sein von den Selektinen. Denn wenn wir die ausschalten zusätzlich, dann haben wir hier im Sinne einer gestörten Auswanderung wie bei einer Entzündung eben auch weniger Maus-Leukozyten in dem Tumor. Und diese Leukozyten scheinen hilfreich zu sein für das Überleben speziell von diesen Beta-4-Integrin getargeteten Tumorzellen. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen uns natürlich immer fragen, lügen unsere Mäuse? Und das scheint in diesem Fall auch natürlich zuzutreffen. Denn wir sehen mittlerweile, dass die Selektine, insbesondere auch das E-Selektin, eben an unterschiedliche Liganden bindet auf menschlichen Tumorzellen. Sie sehen hier eine deutlich bessere Bindungsfähigkeit des Maus-E-Selektins gegenüber dem in Dunkelgrün eingezeichneten humanen E-Selektins. Selbst wenn wir dann auch die Tumorzellen verändern und bestimmte Zuckermoleküle dort abdauen, sehen wir teilweise sehr starke Effekte auf die Bindungsfähigkeit des humanen E-Selektins und eine deutlich schwächere Effekte auf die Bindungsfähigkeit des Maus-E-Selektins. Und dasselbe auch nach anderen Behandlungen und auch unter dynamischen Attäsionsbedingungen, wo wir sehr genau hinschauen, wie stark diese Tumorzelle jetzt am E-Selektin anhaften kann, sehen wir, dass obwohl an humanem E-Selektin eher schwache Interaktionen der Attäsion entstehen, dass das bei dem Murinen, also dem mäuslichen E-Selektin doch immer feste Attäsionen sind, sodass offenbar das Maus-E-Selektin ganz andere Liganten benutzt auf den Tumorzellen als das Humane. Und dasselbe haben wir für das P-Selektin gesehen, sodass wir dazu übergegangen sind und das ist aktuell unser Bemühen eben, Mäuse zu erzeugen, die humanisiert sind für das P-Selektin und auch das E-Selektin, um hier näher an die tatsächliche Situation heranzukommen. Im letzten Abschnitt meiner Vorstellung möchte ich ganz kurz noch etwas sagen zu der Möglichkeit, auch diesen entscheidenden letzten Schritt der Metastasierung in diesem Modell zu adressieren und zu untersuchen. Das ist die Dormancy-Regulation. Hier haben wir ein Modell entwickelt, insbesondere für die Dormancy im Knochenmark, denn wir sind davon ausgegangen, dass in vielen Tumorentitäten Tumorzellen sich ins Knochenmark absiedeln und dort Asyl suchen, sozusagen, um überdauern zu können, die initiale Therapie und auch die Effekte des Immunsystems, um von dort aus spät metastatische Rezidive zu erzeugen. Und ich kann Ihnen zeigen, dass wir hier spontane Knochenmetastasen erzeugen können in einem Modell des humanen Prostatakarzinoms und zwar in der gesamten Breite von Einzelzellmetastasen. Das sind also diese disseminierten Tumorzellen hier spezifisch nachgewiesen im Mausknochenmark. Sie sehen hier die Corticalis dieses Knochens. Wir haben aber auch dann Mikrometastasen, die wir regelhaft finden, bis hin zu Makrometastasen, die teilweise die Knochenmarkshülle durchbauen. Wir sehen in diesem Modell ebenfalls, dass der Primärtumor wieder eine wichtige Rolle spielt, denn er bereitet auch diese Nische vor. Wir sehen, dass die Knochendichte sich verändert. Allein durch das Wachstum eines subkutaren Tumors haben wir hier in den Wirbelkörpern der Maus eine deutlich geringere Knochendichte. Wir können hier die Zellen aus den verschiedenen Kompartimenten auch zurückgewinnen. Das haben wir auch bereits gemacht in einer gerade aktuell laufenden Studie. Und zwar aus den Primärtumoren, aus den Knochenmetastasen und den Lungenmetastasen. Und diese in unserem Zellkulturlabor weiter expandieren und getrennt weiterziehen, sodass wir im Grunde Sublinien erzeugen von einem Ausgangsmodell, die sich sehr stark ähneln. Die stammen hier von einer parentalen Zelllinie und haben innerhalb weniger Zellteilungsgenerationen dann eben verschiedene Sublinien erzeugt, die hervorgebracht wurden aus den Primärtumoren, Knochen- oder Lungenmetastasen. Diese haben wir dann subkutan wieder reinjiziert in die Mäuse, um sie dazu zu zwingen, wieder Primärtumore zu bilden, um erneut zu metastasieren, erneut dort geerntet zu werden und wieder reinjiziert zu werden. Das haben wir jetzt viermal gemacht und haben im Grunde Sublinien erzeugt, die tatsächlich unterschiedlich in die verschiedenen Organe metastasieren. Und Sie sehen, dass wir es geschafft haben, mit den Zellen, die immer aus Knochenmetastasen zurückgewonnen wurden, eine deutlich höhere Inzidenz an Knochenmetastasen hervorzubringen. Das ist hier die Inzidenz an Mäusen mit detektierbaren Knochenmetastasen in der Knochenmetastasensublinie. Und auch die Metastasenlast ist dort erhöht, das sehen Sie hier an diesem Bild, histologisch quantifiziert. Wir haben gleichzeitig die Lungenmetastasierung berücksichtigt und haben erstmal global geschaut in der Gesamtlunge und haben hier keinen Unterschied feststellen können. Doch wenn wir genauer geschaut haben auf die einzelnen Segmente der Mikrozirkulation in der Lunge, haben wir gesehen, dass solche präkapillären Lungenmetastasen, wie Sie sie hier mal beispielhaft sehen, doch reduziert waren und zwar in der Knochenmetastatischen Linie. Sodass wir sagen können, diese Zellen sind offenbar besser in der Lage, in den Knochen zu metastasieren, aber schlechter in der Lage, in ein Segment der pulmonalen Mikrozirkulation zu metastasieren. Wir nutzen hier auch die Markierung der Tumorzellen, die individuell vorliegt. Wir haben also bunte Zellen. Jede Zelle hat eine eigene Farbe. Sie sehen das hier anhand der Ursprungszellen. Und wenn wir die Zellen nun zurückgewinnen aus den Primärtumoren und aus den Lungenmetastasen, wird das schon deutlich weniger bunt. Was uns überrascht hat, war dann, als wir die Knochenmetastasenzellen gesehen haben, die nur noch rot sind, was natürlich sehr gut zu der klonalen Selektionshypothese passt, die ich Ihnen vorhin vorgestellt hatte. Wir können jetzt die einzelnen Zellen in ihren Genexpressionsprofilen unterscheiden und sagen, dass wir verschiedene Gencluster finden, die nun spezifisch sind für die Zellen, die besonders immer aus den Lungenmetastasen hervorgebracht wurden. Wir haben ein Cluster an Genexpressionen, was spezifisch zu sein scheint für die Knochenmetastasierenden Zellen und ein Cluster, was spezifisch ist für die Primärtumorzellen. Und wir wissen, dass diese Cluster nahezu keinen Overlap zwischen sich zeigen, sodass wir nun wirklich in der Hand haben, relativ kurze Listen. Sie sehen die Anzahl an Kandidaten, die hier jeweils hinterstehen, zwischen diesen Genen, die unterschiedlich exprimiert werden, die wir jetzt abarbeiten und schauen, dass wir doch funktionelle Treiber der spezifischen Knochen- oder der spezifischen Lungenmetastasierung herausfinden. Damit möchte ich meinen Vortrag zusammenfassen. Und Sie sehen das eingeblendet. Die Metastasierung ist also ein frühes Event in sehr vielen Fällen. Die Disseminierung findet oft schon vor der initialen Therapie statt. Die Primärtumoren sind ganz zentral bedeutsam für die Zukunft der Metastasierungsfähigkeit. Die disseminierten Tumorzellen können über sehr lange Zeiträume und sehr variable Zeiträume in einem Stadium der Ruhe verharren, ohne sich zu teilen. Metastatische Klone scheinen tatsächlich selektioniert zu werden in genetischer Hinsicht. Aber die zelluläre Plastizität ist ebenfalls wichtig. Tumorzellen, die metastasieren wollen, müssen sich an metabolische Änderungen adaptieren können, sehr rasch. Sie müssen in der Lage sein, embryologische, schrägstrich fetale oder auch regenerative Programme abzuspielen, die sie eigentlich mittlerweile verlernt hatten. Und sie müssen auch auf Hypoxie reagieren können, was mit in den Metabolismus hineingreift. Selektine und Integrine stehen in unserem Fokus. Wir glauben, dass das ganz wesentliche Determinanten der Metastasierung sind. Sie verändern auch gemeinsam das lokale Immun-Environment. Auch das hatte ich Ihnen gezeigt. Und das ganze Spektrum von einzelzell-disseminierten Tumorzellen bis hin zu Makrometastasen kann in vivo modelliert werden für das Knochenmark. Es ergibt sich außerdem, dass die besondere Befähigung zu einer Metastasierung in bestimmte Organe sich auch widerspiegelt in unterschiedlichen Genexpressionsprofilen. Und das finde ich super spannend und sehr wichtig und wir werden daran weiter arbeiten. Damit danke ich allen bisherigen Kolleginnen, Kollegen, Kooperationspartnern hier am Standort Jena Leipzig und auch an meinen früheren Standorten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Lange. Ich finde, das ist ein sehr, sehr faszinierender Vortrag. Und wir sind natürlich auch froh aus Sicht des Mitteldeutschen Krebszentrums, dass wir Sie mit Ihnen als Anatom einen ausgesprochenen Tumorforscher gewonnen haben. Und neben den vielen spannenden Inhalten, die Sie gebracht haben, hat mir auch wirklich ganz toll gefallen die sehr gute Illustrationen Ihrer Forschungsarbeiten. Das sticht, glaube ich, heraus, dass hier sehr verständlich diese komplizierten Mechanismen auch abgebildet werden. Und dass das Ganze sehr kompliziert und sehr komplex ist, das haben Sie uns schon klar gemacht. Und ich sage mal, im klinischen Kontext so eine der Aussagen war, es geschieht sehr früh, dass diese Metastasierung vom Primärtumor vorbereitet wird. Das sehen wir auch im Extrembeispiel. Aus klinischer Sicht sehen wir auch die Cancer of Unknown Primary, die alleine mit Metastasen auffallen, wo wir gar nie einen Primärtumor finden. Das ist wahrscheinlich auch eine Thematik, die sehr spannend ist, warum der Primärtumor sich nicht weiterentwickelt oder vielleicht kontrolliert wird vom Immunsystem. Haben Sie da eine Hypothese dazu? Es sind ja an die fünf Prozent der neu diagnostizierten Tumorerkrankungen. Wie es dazu kommen kann? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einfach die Wirkung des Immunsystems auf metastasierende Zellen eben eine andere ist als auf den Primärtumor. Und dass das auch vom Microenvironment abhängt. Dass es teilweise auch unterschiedliche Effektorzellen sind innerhalb des Immunsystems, die hier eine Rolle spielen. Ich denke, dass man mittlerweile vielleicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht kann man so ein bisschen die Sichtweise entwickeln, dass im Primärtumor doch das adaptive Immunsystem, das ja auch der Immuntherapie zugänglich ist, in manchen Fällen primär da ist und dass das Innate, also die unspezifische Abwehr über Makrophagen, Monozyten, dendritische Zellen dann im metastatischen Environment stärker die Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Ansatzpunkt ist, über den man nachdenken kann. Ich möchte übrigens diejenigen, die uns zugeschaltet sind, auch ganz herzlich dazu einladen, dass sie Fragen hier in den Chat hinein schreiben. Die kann ich dann hier aufgreifen und an unsere Expertinnen und Experten weitergeben. Eine sehr, sehr spannende Frage ist ja auch der Ort, in dem Metastasierung zuerst auftritt. Das ist ja auch äußerst heterogen. Wir haben Erkrankungen, indem Knochen ihre ersten Metastasen setzen, andere, was vielleicht teilweise auch mit der Gefäßversorgung zu tun hat in der Leber. Wir kommen jetzt dann gleich als nächstes. Haneke van Laarhofen ist uns schon zugeschaltet zu den gastrointestinalen Tumoren, die natürliche Bloodstream-Verbindung in die Leber haben. Aber wie ist da Ihr Zugriff drauf? Können Tumorzellen in jedem Organ eine Dormancy entwickeln? Oder ist es womöglich so, wenn Lungenmetastasen auftreten, dass das auch wieder eine Rückstreuung ist, zum Beispiel aus im Knochenmark ruhenden, schlafenden Tumorzellen? Hat man da irgendwelche Erkenntnisse dazu? Wir versuchen das zu adressieren. Das ist komplex. Wir müssen die gut tracken können, diese Tumorzellen. Wir müssen ja im Grunde rausfinden, wo war diese Tumorzelle schon mal, bevor sie in ein anderes Kompartiment gegangen ist. Ist sie an der einen Stelle dormant geblieben und von dort aus weitergegangen, um besser auswachsen zu können? Das sind sehr, sehr spannende Fragen. Wir sind aber noch nicht so weit. Ich denke, man kann über den Fußabdruck, der von der Mikroumgebung auf die metastasierenden Zellen immer gegeben wird, zum Beispiel auf Epigenomebene, dass man dem nachgehen könnte, um eben herauszufinden, wo war die Zelle schon mal auf ihrem Weg, bevor sie dann den idealen Ort gefunden hat. Eine Sache, die ich mich auch als jetzt klinisch orientierter Onkologe frage. Auch Ihre Forschung geht zum Teil sehr stark auf das, was macht die Tumorzelle und ist ja auch der Ursprung. Was macht sie genetisch, epigenetisch? Eine andere Frage ist die für mich, was macht der Organismus? Gibt es Elemente, zumindest Hypothesen, die das wahrscheinlicher machen seitens des Wirtsorganismus, dass eine Dormancy aufbricht und eine Erkrankung sich wieder weiterentwickeln kann? Das ist ja so auch etwas, was in der letzten klinischen Konsequenz womöglich auch Richtung Verhalten gehen könnte. Was könnte man tun? Was sollte man lassen, um eine Erkrankung nicht wieder zum Aufbrechen zu bringen? Da bewegen wir uns natürlich jetzt in ein ganz schwieriges Feld hinein. Das ist mir schon bewusst. Also ich finde die Frage super berechtigt und das sind natürlich Dinge, die uns auch in den letzten Jahren immer wieder durch den Kopf gegangen sind. Wie können wir so diese äußeren Faktoren wie Ernährung, Bewegung auch einfließen lassen in unsere Mausmodelle? Auch da sind wir noch nicht so weit. Also wir brauchen vielleicht noch ein paar Jahre, um all das mit hineinzubringen. Ich denke, dass dadurch, dass es organspezifische Anpassungen im Metabolismus der Tumorzelle gibt, dass das sicherlich eine Rolle spielt. Die Ernährung spielt auch eine Rolle für das Angebot an Substraten in der Glykosilierungsmaschinerie der Tumorzellen beispielsweise. Und wir sehen eine ganz enorme Relevanz der Sialinsäure als terminalen Zucker an verschiedensten Glykoproteinen, Glykolipiden. Und da ist natürlich genau die Frage, kann man das irgendwie steuern? Auch die davor hergehenden Bausteine in der Glykosilierung, die natürlich ganz klar mit der Ernährung zusammenhängen in ihrer Substratverfügbarkeit. Und ja, das ist, denke ich, eine super spannende Frage, ob man sich das mal zunutze machen kann demnächst. Und die Mäuse Yoga machen lassen oder Trainingsprogramme, soweit sehen sie halt wahrscheinlich noch nicht. Da sind andere Gruppen dran, die das gut kontrollieren in kontrollierten Käfigen, in denen genau erfasst wird, wie ist die Ausscheidung von Metaboliten, wie ist die Aufnahme von Ausgangssubstrat und wie ist auch die Bewegung in dem Käfig, das gemonitort wird. Und auch die Möglichkeit anzubieten, dass Mäuse sich stärker aktiv betätigen. Es gibt ja auch bei den Mäusen die Couch-Potatoes und die Marathon-Läuferinnen, die man nur dazu kommen lassen muss, zu laufen. Und das sind Dinge, die in der wir im Moment nicht adressieren, aber andere Gruppen sind da dran. Einen letzten Punkt wollte ich noch aufgreifen. Wir sind ja bis jetzt mit den adjuvanten Therapien dort, wo wir die Metastasierung im besten Falle verhindern wollen, sind wir auch mit vielen Ansätzen eher auf die Tumorzelle ausgerichtet. Adjuvante Chemotherapie, ich denke, das zerstört Tumorzellen, die irgendwie adressierbar sind für Chemotherapien. So ein bisschen verändert sich das Feld mit den adjuvanten Immuntherapien, die auch einziehen, die natürlich nicht rein antitumoral gerichtet sind. Und an einem Punkt habe ich dann ganz besonders aufgehorcht, nämlich als sie gesagt haben, dass Primärtumoren auch schon die Eigenschaft haben, das Knochenmark oder die Knochensubstanz vorzubereiten auf eine Metastasierung. Und da haben wir einen Ansatz beim Brustkrebs vor allem laufen, wo wir auch Knochenmodifizierende Therapien teilweise in der adjuvanten Situation empfehlen. Also Bisphosphonate oder Rangligantantikörper sind da breit untersucht und haben Effekte. Ich glaube, das geht tatsächlich so etwas in diese Richtung der Interaktion, ein mögliches Zielorgan für Metastasierung unempfänglicher zu machen. Liege ich da richtig? Ja, absolut. Das ist auch in der einen Arbeit, die nur ganz kurz umrissen wurde, tatsächlich von uns auch getestet worden, in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, wie sich die Therapie mit Zometa als einem Vertreter der Bisphosphonate auswirkt. Wenn wir es ganz früh geben, in der Situation der postoperativen Androgen-Deprivation beim Prostatakarzinom, was klinisch auch vorkommt, das war jetzt nicht Mama-Karzinom, aber ein vergleichbares, vielleicht nicht ganz vergleichbares, aber auch ebenfalls sozusagen interessantes Setting. Und wir haben gesehen, dass wir mit dem Zometa tatsächlich die durch den Tumor und die kastrationbedingten Änderungen auf den Knochen, die Knochenstruktur natürlich super gut revertieren können. Das heißt, die Knochen waren wieder gesund. Und das hatten wir getan in der Hoffnung, dass wir in einem ganz frühen Stadium die Tumorzellen aus dieser Dormenzieh oder gar nicht in die Dormenzieh kommen lassen, sozusagen. Ist uns aber nicht geglückt. Aber das sollte man weiterdenken. Wir haben damals versucht, weil wir beobachtet haben, dass gleichzeitig die Lungenmetastasierung aber reduziert war, sind wir genau darüber gestolpert, ob nicht der Effekt im Knochenmark schon hilfreich war, um das Weiter-Metastasieren in die Lunge dann nicht sekundär irgendwie doch zu targeten und einen Benefit zu erzeugen. Zumindest in den Mäusen war es ein kleiner Benefit in der Lungenmetastasierung, aber nicht entsprechend der Hypothese, dass das Blocken des Remodelings im Knochen die Dormenzieh so beeinflusst, dass wir es hätten messen können. Mensch, das war total interessant. Sie haben die Tür für uns ein Stück weit aufgestoßen, dass wir da mal tiefer hineinblicken können in die Mechanismen, komplexen Mechanismen der Metastasierung. Ganz herzlichen Dank, lieber Professor Lange. Freut mich. Sehr gern. Dann begrüßen wir jetzt online ganz herzlich Haneke van Laarhoven. Ich weiß, dass sie uns sehr gut versteht. Sie spricht hervorragend Deutsch, aber wir haben gesagt, wir erlauben Haneke natürlich ihren Vortrag auf Englisch zu halten. Und yes, I welcome you here in Leipzig. We know each other since many years. We are working together. The University Cancer Center in Amsterdam and the Cancer Center in Central Germany are partners in the field of research, in the field of gastrointestinal tumours. And one of the topics is how to treat oligometastatic disease. And here we really have one of the leader on the international scene with us tonight. Haneke is working in a strong international group and will tell us how to define oligometastatic disease. What is the current status of treatment? So very welcome to our Cancer Grand Rounds tonight. We are looking forward to your lecture, Haneke. Well, thank you very much for this kind introduction. It's a real honor to be here. And I'm so sorry, I can't deliver the talk in German. Actually, I heard the previous talk and I was impressed again by the richness and the beauty of German. But we will have to stick to English for at least the next half an hour or so. So thanks again for inviting me. I will be talking about oligometastatic cancer. And these are my disclosures. Yes, there we are. These are my disclosures. And actually, I think the most important disclosure has not been mentioned here that I am an editor of the journal that is actually led by Florian Lordig on ESMOGI. And why that's important will come in the rest of the presentation. So what is oligometastatic disease? Let's start with the basic principle. And the concept of oligometastatic disease dates back already to the last century, where Weitzelbaum and colleagues defined oligometastatic disease as an intermediate state between localized and widespread systemic disease. And the idea would be that the primary tumor, which is so important as we just heard, has actually metastatic capacity, but just limited metastatic capacity. And that translates into a favorable tumor biology. That concept of oligometastatic disease then implies that you could actually treat metastatic disease by local treatment. And that that might improve oncological outcomes. And we may even be able to cure those patients with oligometastatic disease. So historically, we had a kind of all or nothing dichotomy. Either a patient could be cured because there were no distant metastases. Or on the other side, we regarded a patient as incurable because there were multiple metastases. This concept of oligometastatic disease is somewhere in between. And actually, it may be a little bit more to the curative setting. There are limited metastases, and by treating them with local treatment, surgery, radiation, we will talk about radiation in the next, the next talk, or any other modality, we might actually be able to cure the patient, or at least achieve a state of long term survival, which is novel for patients with metastatic disease, especially in the field of oligometastatic cancer. Well, after having heard the talk about biology of metastases, of course, the question arises, is there biology behind oligometastatic disease? And clearly, the answer should be yes, of course, because there is biology behind everything of oncology. But what do we know about this biology? And honestly, that is quite limited. I will show you some data. This is a study published a couple of years ago in Nature Communications on liver metastases of colon cancer. So this is not about esophagohyster cancer, this is about colon cancer. And of course, in the field of colon colorectal cancer, we are already used to the metastases of liver metastasectomy. And what the authors of this paper did is they took the metastases that were resected, and clustered those based on RNA sequencing. They did, in fact, not use the conventional CMS clustering. I will come back to that in the next slide. But they developed their own clustering. And what you may appreciate from the graph on the right hand side is that actually the three subtypes they discovered make a very nice distinction in terms of survival. The patients with metastases of subtype 2 seem to do much better than the other patients. What is interesting is that if you compare those metastases with the CMS classification, which is a primary tumor classification, not all the CMS subtypes come back in the metastases. It's the down part of the plot. And what you see there is that CMS subtype 1 is not there, and CMS subtype 3 just in a limited amount of patients. So apparently, although the primary tumor is very important to actually initiate that process of metastases, the metastases themselves seem to be different and can be classified in such a way that you can make a distinction in prognosis between patients. Having said that, it actually gets a little bit complicated because we do not just want to classify metastases. We want to know something about oligometastases. And for that, I turn to prostate cancer, really out of the fields of gastrointestinal cancer and honestly also outside of my field. But I think this really illustrates the issue of the biology behind oligometastatic disease very nicely. What you may appreciate here is that the different subtypes of metastatic prostate cancer really do different in terms of survival. So the red line are the patients with micrometastases. That is, there is no overt metastatic disease on the CT scan. There's a biochemical relapse only. The green line are the patients with limited metastatic disease. The blue line are the patients with multiple metastases. And the purple line are the patients that have metastases right at diagnosis. Well, the survival is quite different and the patients with oligometastatic disease seem seem to do the same as the patients with just a biochemical recurrence. What is interesting then is that they looked at those tumors and they could make a distinction between patients with tumors that were TP53 wild type and patients that were TP53 mutated. Clearly the patients, the wild type patients did much better than the mutated patients. But then if you look at the subgroups that we just distinguished, it really becomes very interesting. because what you may appreciate here is that the patients that have metastatic oligometastatic disease and that are wild type do best, but actually the patients that have polymetastatic disease and are wild type do quite well as well. So apparently the number of metastases does not tell the whole story. That is also shown in this last study on prostate cancer that I will show, and then I will turn back to esophagogastric cancer. In this study, which was an oligometastatic study showing the benefit of stereotactic radiation to oligometastatic disease in prostate cancer. What they showed here is that only patients that had CT DNA with a proper sequencing of the CT DNA benefited from the local treatment. Well, those patients with oligometastatic disease that did not have that type of circulating tumor DNA actually had no benefit of treatment of their metastases. So it's really complex, as we already concluded in the previous talk as well. And yes, certainly there is biology behind oligometastatic disease. But I think the data out there are not quite ready for clinical practice, especially not for esophagogastric cancer. So for now, we have to stick to counting the number of metastases to actually define oligometastatic disease and also use the so-called test of time. And we will come back to that. So then going from biology to the clinic, how can we define oligometastatic disease in gastroesophageal cancer? And for that, let's first take a case. Suppose you have a patient that is 68 years old, has a good performance status, and is diagnosed a couple of years back with a gastric cardiac carcinoma. This patient is treated with perioperative flot and then undergoes a resection. And then almost a year later, she is diagnosed with two liver metastases on the CT. The biopsy is taken, and it's proven to be adenocarcinoma, like the primary tumor that was diagnosed in 2018, and it was HER2 positive. What would you think? Is this a patient with oligometastatic disease? Well, I guess your answer will be yes. Two liver metastases, that doesn't sound like a lot. So probably yes, this is oligometastatic disease. And indeed, this would qualify as oligometastatic disease, at least if we look at the ESMO EORTC classification system that has been developed to classify different kinds of oligometastatic disease. And in this case, the patient is diagnosed with a small number of metastases, that is less than even three. And the metastases are metachronous in this case, and they were diagnosed after the patient had completed her systemic therapy. So in this classification system, indeed, the patient would be classified as having oligometastatic disease. However, this is really a classification system for all tumors. And there's still uncertainty on the exact meaning of oligometastatic disease in the specific context of esophagogastric cancer. In most trials and in clinical practice, a maximum of three to five metastases is mentioned, but there's no consensus. What is also interesting to note is that if you look around the different tumor types on the evidence for oligometastatic disease, and evidence would imply having evidence that with a few number of metastases, it's useful for the patient in terms of survival to undergo local treatment. Actually, that evidence is really limited in prostate cancer, and in lung cancer, there are some prospective randomized studies, a little bit in colorectal cancer, but most of the cancers, it's either retrospective studies or prospective non-randomized studies. And the same applies for gastroesophageal cancer. So, therefore, we set out to achieve consensus, at least on the definition, to make sure that if we start to do new trials, and we really need trials in this field, if we start to do new trials, we at least define oligometastatic disease in the same way. And also, perhaps, can define some treatment strategies that are similar across trials, so that we can have some cross-country comparisons and cross-trial comparisons. So, we set out this together with the organizations shown here. It primarily is a European effort, but currently, we are also looking at a collaboration with Japan, and more broadly, Asia, to extend the definition. And that's important because here in Europe, esophageal gastric cancer is mainly adenocarcinoma. So, what I will be talking about will be mainly about the adenocarcinoma field. As you can see from the map shown on the right-hand side, almost all countries in Europe participated in this consortium. And it's a collaboration between surgery, Professor Richard van Hildegersberg, and Dr. Peter van Rossum, a radiation oncologist. And the picture on the right is Thury Kruse, and he is the PhD student who really did the work. So, what did we do? Well, we first started with a systematic review to see how different definitions in the field were. And then, we distributed real-life clinical cases to European upper GI experts to actually ask those experts exactly the question I just asked you. Do you feel that this patient has oligometastatic disease? And then, we ended with a Delphi consensus with those European upper GI experts. Well, then, as I said, case one in the EORTC estro classification for all cancers, it would definitely qualify as oligometastatic disease. And if you look in the literature, actually, the literature on osophagogastric cancer would tell us exactly the same. In general, we count up to three metastases in one organ or one extra-regional lymph node metastases. And for the liver, we also count a maximum of three, and it could be uni- or bilobar. That's the literature. When we then went around all the different experts, and we ended up with the expert session, we were able to define oligometastatic disease for osophagogastric cancer for all the different organs. And here, I would like to refer you to the ESMO GI publication. It's not in PubMed, but it's easily findable via Google. And it has some very nice figures that are shown here as well. So to zoom in a little bit, in general, we would say that a patient has oligometastatic disease if there's just one organ involved with a maximum of three metastases. Or it can be one extra-regional lymph node station. If there are four, or if there are two extra-regional lymph node stations, we could not come to consensus that that would still be oligometastatic disease. So in esophagogastric cancer, we are a little more strict than in the general cancer definition of EURTC. Also, what is important, as I said in the beginning, you would like to get to a status where you can treat the patients with local treatment after systemic therapy. And what everyone agreed upon is that you will only count oligometastatic disease as oligometastatic and make it useful to have local treatments if after systemic therapy there's no disease progression. At least no disease progression in terms of number of metastases. So if a patient had two metastases and then suddenly has three, even though you could say, well, three is less than four, so it could count as oligometastatic. The fact that the patient progresses and develops more metastases implies that it doesn't really fit the concept of oligometastatic disease. You could argue the same for patients that have progression in size only, so still two liver metastases, but they are growing. Would that still count as oligometastatic disease? Well, actually, we could not achieve consensus on that. And at the end of the presentation, I will come back to that. Let's look at the different organs. Again, the number of three I already mentioned, but of course, we have some organs where we cannot really count. For example, the adrenal gland. So for oligometastatic disease, we defined that it can only be unilateral adrenal gland involvement to count as oligometastatic disease. Similarly, for the bone, one bone metastase disease, that's still okay. If there are more, you shouldn't embark on an oligometastatic disease protocol. You may wonder why I have not mentioned brain metastases. And the reason for that is that you have no time for brain metastases to actually start with systemic therapy and think a little about the biology of the disease at the test of time. If you really want to treat a patient with brain metastases, you should do it now, because otherwise the patient suffers from all the neurological symptoms. So that's why we excluded brain metastases from this whole overview of definitions. And similarly, you may notice that we did not involve the peritoneum in the whole discussion. And that's because the way peritoneal metastases develop may actually be different from the way the other metastases develop. And also, and maybe even more importantly, there are other local treatments available for peritoneal disease, like HIPEC, which are really different from surgery or radiation. So we feel that peritoneal disease is quite a different disease entity than metastases in organs. So we limit it to the organs with the exception of the brain. So let's get back to the case. Yes, oligometastatic disease, yes, in terms of the EORTC astrodefinition, yes, in terms of the systematic review, and yes, also consensus in the multidisciplinary team. But then, of course, the question is, how do you classify? Well, there we can actually go to the EORTC and then see that this is a metachronous oligorecurrence. And then the most important question arises, and that is, how should we treat this patient? And there the interesting thing starts. If we turn to the guidelines that we have available, we should start with systemic therapy, because systemic therapy is the treatment of choice for patients with metastatic disease. And albeit oligometastatic, this is a patient with metastatic disease. But what you may also appreciate from this guideline, if you go through all the lines down to the very bottom, it states that radical resection can be considered in highly selected cases. And then, of course, the question arises, what is the selection that can help us to actually turn to resection? And clearly, we believe that this definition of oligometastatic disease can help us there. A selection of patients that have metastasis all over the place, well, that doesn't seem so logical at all. Interestingly, although across the globe we may differ in choices for systemic therapy, this treatment, surgical treatment or radiation treatment for oligometastatic disease is also taken up in the guidelines of, for example, our Japanese colleagues. So local treatment of oligometastatic disease is already somewhere in the guidelines, even though we do not have that much evidence. And that's what I will show you here. These are trials showing the benefit or the lack of it that have been completed in other cancer types and that were randomized. And of course, randomized studies are the proof of the putting. Again, it has been shown in, for example, colorectal liver metastasis that it may be useful in addition to systemic therapy to actually resect metastasis. Similarly, radiation can be used for lung cancer, prostate cancer. But as you may also appreciate on the left hand side, there's also been a study in colorectal lung metastasis that were surgically removed that did not show benefit. So again, this shows the importance of conducting randomized controlled trials in this field. So what do we have available for esophagocastric cancer? Well, if we turn away from adenocarcinoma to squamous cell carcinoma, actually, we have a very elegant study recently published in Lancet Gastroenterology and Hepatology, again, is squamous cell carcinoma. So that may not be the same for adenocarcinoma of the esophagus or the stomach. But what they showed in this phase two randomized study is that there is indeed a benefit of local treatment of metastatic disease with an hazard ratio for progression-free survival of 0.26. And for overall survival, an hazard ratio of 0.42. Well, those are hazard ratios you can only dream of for your novel systemic therapies. So these, I believe, are really convincing data for squamous cell carcinoma. Well, then, do we have as evidence for esophagocastric adenocarcinoma? Well, unfortunately, we only have retrospective studies and a few prospective but non-randomized studies. However, if you look at those retrospective studies and you perform a meta-analysis, which, of course, is biased because, again, it's not randomized. But if you still perform that meta-analysis, the difference in survival is striking. 25 months versus 11 months. And if you look at those trials that looked at liver oligometastases only, it was 24 months versus 8 months. And if you try to do an adjusted analysis, still, it's a hazard ratio of 0.47. Really compelling. And for liver oligometastases, it would be 0.39. So the retrospective data really point towards the benefit of local treatment. But, again, retrospective, non-randomized, and therefore biased. Do we have some prospective studies? Well, we do. But before I go there, I just want to mention Regatta, because I can imagine that you would say, well, we do have a randomized study in oligometastatic disease. And that was actually negative. Be aware, because this study, published already in 2016, indeed looked into patients with oligometastatic disease. But this was not an oligometastatic study. And what I mean by this is the following. They did include patients that had, here we are, that had two to four lesions. So most of them could be classified as oligometastatic for the current definition of oligometastatic disease. But they could also have peritoneal metastasis. And most importantly, the metastatic lesions remained untouched. So although the survival curve of this study was really disappointing, it did not show that an oligometastatic disease approach does not work. It only showed that taking out the stomach while leaving inside the metastasis, that is not the way to go. So that's important to realize. We do have a randomized study, but it was not a truly oligometastatic study. Then another prospective study that we have is the IOFLOT3 study. This is a prospective study. And patients here with limited metastatic disease could receive surgery after FLOT. And what you may appreciate from the graph on the right-hand side is that patients who underwent surgery had a much better performance in terms of survival than the patients who did not undergo surgery. But importantly, this was not randomized. These were all data from a controlled setting. What do we have from the, let's say, real world? Well, clearly, if it's an uncontrolled setting, then we won't have randomized studies. But still, it can be helpful to sharpen our thinking about oligometastatic disease. And I will show you some data that have come around from a collaboration within the EORTC. And we looked at data of the Netherlands Cancer Registry. In the Netherlands Cancer Registry, all patients with esophageal and gastric cancer are registered. And what is also registered is what type of treatment they actually receive. And what we try to do is to define patients with oligometastatic disease in the liver only. Well, what you can see here is that we started off with more than 2,000 patients with synchronous metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer. But that, in the end, the number of patients with truly oligometastatic disease in the liver only was limited, 77 only. We then looked at the outcome of those patients, comparing patients with and without oligometastatic disease. And again, you won't be surprised anymore, I guess, after all the data you have seen, patients with oligometastatic disease do better than patients without oligometastatic disease. Now, you might think this is due to the local treatment that was provided to the metastases of these patients. But that is actually questionable, because if we looked at the patients that actually underwent local treatment, well, that was just a minority. A minority of patients with oligometastatic disease underwent local treatment of their metastases or their metastases and primary tumor. What was also striking is that although quite some people were treated with systemic therapy, a large majority did not receive systemic therapy at all, despite having oligometastatic disease. And that was due mainly due to patient wish or performance status of the patient, which is interesting in itself, because even in oligometastatic disease, patients may be too poor in terms of performance status to actually undergo systemic therapy. However, what I also believe is that quite some physicians, again, this is a real world data study, quite some physicians that are not completely into the treatment of osophagogastric cancer, may be a bit pessimistic about treating patients with systemic therapy at all, be it polymetastatic or oligometastatic disease. So there we have work to do. Luckily, we do have ongoing clinical trials on the effect of local treatment of metastases after induction systemic therapy. And this is one of the studies that the Renaissance trial that hopefully you will read out in the course of this year. And then we will have, at least hopefully, randomized evidence that adding surgery to the treatment of patients with oligometastatic disease outperforms treating patients with just systemic therapy. And building on that, there are several other studies ongoing, some with resection, some using stereotactic radiation, all trying to investigate exactly this concept, treating metastatic disease locally. If these studies read out positively, then, of course, the question is, what's next? It seems we have to treat patients with systemic therapy, and then we might have to treat them locally. But the question is, what is the best systemic therapy? Well, clearly, the best systemic therapy is the systemic therapy that fits into this algorithm. So it would be chemotherapy either with or without trastuzumab or with or without pembrolizumab. But how long should you treat those patients before you embark upon the local treatment of the metastases? Because you have to decide at a certain point that this is the moment to actually start your local treatment. And for that, we do not have an answer. And that's the clinical trial we have in preparation. That's the so-called OMEC-5 study. You may have received in your inbox a feasibility questionnaire asking if you would be interested to participate in this study. And if not, you can drop me an email. And this study will investigate a longer versus a shorter duration of induction therapy before embarking upon local treatment. So what is the design? Every patient will receive chemotherapy plus IO. We will include only patients with a CPS of one or larger so that they are eligible for immune oncology agents. And if they are not progressive after four months, they can be randomized into prolonged systemic therapy versus direct local treatment. In all cases, the total amount of chemotherapy and IO will be the same in both patients. So why would we think that prolonged treatment before embarking on local treatment would be better? Because that's the hypothesis of the study. Well, first of all, because we know that immune oncology agents need some more time to actually get to work. So if you combine chemo with IO, you need some more time. And the second reason is that ATTRACTION-5 did not show positive results. And just to remind you, ATTRACTION-5 was a randomized study in a non-metastatic setting where patients after resection for gastric cancer received chemo plus NIVO versus just chemo. And unfortunately, that study was not positive at all. No survival benefit of IO plus chemotherapy, which could suggest that you really need to give this treatment in the neoadjuvant setting or the induction setting rather than in the adjuvant setting. So this will be the design. And as you may also appreciate from the study, we will collect blood at certain time points to collect circulating tumor DNA to learn if that can help us to actually find those patients that benefit most from this approach. So let's get back to the case. Again, it was a patient with two liver metastases and we treated her according to the guidelines. So we gave this patient systemic therapy plus an HER2 targeting agent and then considered restaging. And then we had a little bit of a problem that I already alluded to before in the beginning of this presentation. After six months, there was no recurrent disease in terms of the primary tumor, but the two hepatic metastases were larger. No new metastases, but the two hepatic metastases were larger. Nevertheless, we embarked on a metastasectomy and honestly, the question is if that was wise, because after 12 months, six months after the metastasectomy, she actually had a peritonitis and pulmonary metastases and she was put onto CAPOX, trastuzumab again. And actually, right now, she's still doing very well. And the question really is if this metastasectomy has helped this patient at all in her survival. If you ask all the experts, well, there wasn't really consensus. What you can see here is that if there's progression in size only, there was fair agreement, you should consider this as oligometastatic disease. But there were also quite some people that said, well, you can still consider local treatment. Also here, we would need clinical trials to define what's best and we need some biology as well to understand what's going on there. Let's take one other case to conclude. This is a patient, a 65-year-old male patient with a good performance status that was treated for adenocarcinoma of the esophagogastric junction in 2018. He received FLOT and then had a solitary liver metastasis, just one. So I think we will all agree that this indeed is a metachronus oligorecurrence. But look at the dates again. August 2018, February 2021. That's more than two years since the primary treatment of the adenocarcinoma of the esophagogastric junction. What should we do now? And honestly, we did not achieve agreement in our group. There were people stating that, well, you know, this time interval is so long. This patient has actually proven to be cured. Well, except for this one metastasis. Let's just cut it out. While others stated, and that was almost the same percentage, said, well, you can also consider starting systemic therapy. And then do the restaging and then consider local treatment. So actually, you could argue both ways. And again, we have no evidence to support one or the other. In this case, we chose to treat this patient with stereotactic radiation. And in this case, that was a good choice because he is still without disease progression. So, to sum up, we have consensus in the literature and among European experts that if there are three or less metastases in one organ or one extra regional lymph node metastases, you can call this oligometastatic disease. That, by definition, implies that these patients could benefit from local treatment. However, only after starting with systemic therapy, at least for those patients that have a short or intermediate disease-free interval, less than two years. However, if the disease-free interval is longer than two years, we actually do not have proof, well, not proof at all, but no consensus on what to do. And you could either embark on a local metastasis-directed treatment or systemic therapy. And what I think you should do in the clinic is think of five key questions. First, is it really a oligometastatic disease? How can it be classified? Metachronis-synchronous. Is there favorable tumor biology? That is, does it not progress in the course of time? Please use the best systemic therapy that you have available and then add local therapy according to, well, the best evidence we have available. And with that, I would like to conclude. Thank you for your attention. And of course, thanks to the whole OMEG consortium for contributing to all these definitions. Thank you so much, Haneke, for your wonderful lecture, which showed us all the complexity and also the unanswered questions. But on the other hand, in your conclusions, with all the evidence that we have, you gave us pretty clear statements where we currently stand and where probably we can do something which at least for some patients is of major benefit. And I think that's amazing work. And thank you for including us in Leipzig, also in this OMEG consortium, which is doing great work. And there are a couple of questions and we still have three, four minutes of time to discuss that. One question is about the role of CT DNA, which you mentioned in the beginning. And do you think that in the future, this may add to just counting the metastases in the definition of what we call oligometastatic disease or about the outcomes when oligometastatic disease is treated locally? Yeah, thanks for that question, because I, well, I really hope so. Let's put it this way. And I think CT DNA can be of help in two ways. First of all, I think it can be helpful in defining the length of induction treatment that is needed. You can imagine that after four months of systemic therapy, if there is a total clearance of circulating tumor DNA, you might actually decide to embark on local treatments already, and you won't need prolonged induction treatments. Similarly, after local treatment, if there is still circulating tumor DNA, that might be a reason to actually continue systemic therapy for, well, until CT DNA clearance, for example. So that would be one way CT DNA can be used. And the other way, and that's maybe more the intelligent way, I really hope that based on circulating tumor DNA, we will be able to define certain mutations in osophagestral gastric cancer that confer a good versus, well, a not so good prognosis. And that it can help us to decide whether we should embark on local treatment at all. Or if we are in this situation, in the case I showed, that there's progression of disease, and it's not useful at all. But the other way could also be the case, that there's progression in size, but the mutational profile is really, well, looking good. And that would be, well, would strengthen us in the decision to go for local treatment. So, yes, I think there are definitely opportunities. And, of course, the beauty of circulating tumor DNA is that it's, you know, not a biopsy, but just a blood sample. And another question, is there something like a conversion to oligometastatic disease? Often in the tumor boards, maybe a bit driven by the wish to help people, we see situations that really up front we cannot call oligometastatic. More than three metastases or, and these are cases where definitely we start with systemic therapy if there is something to do. And then it may occur that the situation on images changes into something we might call oligometastatic. Is it fair to do so if after four months, six months, something that was six or eight metastases in the beginning finally goes down to two or three metastases in one organ? Yeah, that's a very important clinical question for which we have even less evidence than what I just showed for the, well, I would say up front oligometastatic disease. I would be, personally, I would be reluctant to embark on local treatment if a patient was so metastatic from the very start. Having said that, we sometimes do treat those patients with local treatment. And for example, if they really suffer from toxic side effects of your systemic therapy, and if you feel that all the other metastases are in control and there are just one or two left, you might actually give a patient systemic therapy-free interval, which may not contribute to survival, but may definitely contribute to quality of life. And that, in this case, will be very relevant as well. So, same reflexes we have here, yes. Yeah, and I can imagine that if we get more insight into the tumor biology of metastases, then it will become much more easy to actually answer this question, but that's still far down the road. Maybe, finally, a question which then already relates to our last talk. Do you think it matters how the metastases is treated, if by resection, by ablation, with radiological techniques, with radiotherapy? What is your view on that technical question? Yeah, I think the most important thing is to have a radical treatment. So, to make sure that you use a technique that there are no metastases left. I can imagine that for lung metastases, your primary choice would be radiation, while for liver metastases, for example, you might choose your metastasectomy. But I think the most important thing is that your multidisciplinary team is familiar with the technique you choose. So, the multidisciplinary team should decide. Thank you so much. I'm just taking a look into the chat. If we have forgot anything, thank you. Best regards to Amsterdam. We will meet each other again here and there. And thank you for taking the time today to be with us and delivering a wonderful lecture. My pleasure. Thanks for the invitation. Vielen Dank auch nochmal und dann gehen wir weiter im Programm zu Professor Nils Nikolai, der schon neben mir steht und der den Abend abschließen wird mit der Frage, welche strahlentherapeutischen Techniken und welche Perspektiven tun sich in der Strahlentherapie auf, um Metastasierung zu behandeln. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Professor Nils Nikolai, Direktor der Klinik für Strahlentherapie hier am Universitätsklinikum Leibniz. Ja, lieber Herr Lollig, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich über die Anwendung von Strahlentherapie in der Therapie von Metastasen sprechen zu dürfen. Ich bitte zu entschuldigen, dass meine Folien auf Englisch sind. Der Vortrag wird, wie schon angesagt, auch auf Deutsch gehalten werden. Wir haben natürlich jetzt relativ viel Hoffnungsvolles in der Therapie von Metastasen gehört. Die Strahlentherapie kommt aber in der Behandlung von Metastasen aus einem anderen Bereich. Und die Strahlentherapie ist eine sehr, sehr gut etablierte Behandlungsform in der palliativen Versorgung von Metastasen, weil sie sehr schonend oder relativ schonend und relativ wirkungsvoll palliative Symptomkontrolle bewirken kann. Schmerzkontrolle, Kompressionsverbesserung, was Organe angeht, was Nervenkompression angeht, hämostyptische Wirkungen, Verbesserung von Knocheninstabilität, Verbesserung der Neurokognition bei zerebraler Matastasierung. Und diese Behandlungen sind auch möglich bei Patienten mit einem hohen Metastasen-Burden sozusagen. Und wir haben gerade schon gehört, dass die Strahlentherapie zunehmend auch mit der Verfügbarkeit moderner Hochpräzisionsverfahren in der Lage ist, insbesondere auch im Hinblick auf die oligometastasierte Situation, lokale ablative Verfahren anzubieten und hin zu einer totalen metastatischen Ablation zu führen, wo wir dann mit gesteigerten Dosen gesteigerter Präzision den Shift möglicherweise erreichen können von der palliativen Strahlentherapie zur formal-kurativen Strahlentherapie, auch in einer oligometastasierten Situation. Die strahlentherapeutischen Anwendungen in der Metastasentherapie sind extrem breit und ich erlaube mir, die strahlentherapeutischen Konzepte an zwei Beispielen kurz zu erläutern und mich hier auf Organe zu konzentrieren, wo wir sehr, sehr häufig eine Metastasierung sehen. Das sind zum einen die zerebralen Metastasen und zum anderen die Knochenmetastasen. Zerebrale Metastasen machen, wie Sie sicherlich alle wissen, den Großteil der ZNS-Tumoren aus und solche MRT-Bilder sehen wir in unserer Patientenversorgung relativ häufig. Patienten mit einer hohen Zahl von zerebralen Metastasen, symptomatischen zerebralen Metastasen und die radiotherapeutische Behandlung der Wahl ist seit vielen Jahren die Ganzhirnbestrahlung, also die Applikation einer moderaten, aber homogenen Bestrahlungsdosis auf alle Areale des Gehirns. Die Ganzhirnbestrahlung ist in vielen randomisierten Studien schon vor Dekaden getestet worden, hat eine erhebliche Verbesserung der neurologischen Symptomatik zur Folge, Ansprechraten irgendwo zwischen 40 und 70 Prozent und diese Ansprechraten hängen natürlich von verschiedenen Faktoren ab, von der Metastasengröße, von der Metastasenlokalisation, von der Metastasenhistologie und darüber haben wir ja in den letzten Vorträgen auch schon einige Informationen bekommen. Diese Verbesserung der neurologischen Symptome bei der Ganzhirnbestrahlung ist allerdings ein vorübergehendes Phänomen und vor der Verfügbarkeit der modernen systemischen Therapeutika, die auch ZNS-gängige Effekte haben und ZNS-Wirkung entfalten können, mussten wir von einem progressionsfreien Überleben nach Ganzhirnbestrahlung irgendwo in der Größenordnung von etwa sechs Monaten ausgehen und diese eher kurze progressionsfreie Zeit hat natürlich eine Reihe von Dosis-Eskalationsstudien nach sich gezogen in der Hoffnung, dass die Dosissteigerung bei der Ganzhirnbestrahlung bessere und verlängerte Ansprechraten nach sich ziehen konnte. Bedauerlicherweise hat keine dieser Studien einen klaren Dosis-Wirkungseffekt zeigen können, aber auf der anderen Seite eine erhebliche dosisabhängige Verschlechterung der Neurokognition dann im Verlauf, also die Spätfolgen einer Ganzhirnbestrahlung mit gesteigerter Dosis sind teilweise erheblich. Und insofern stellt sich, auch wenn die Strahlentherapie des Ganzhirns natürlich mehr und mehr auch diskutiert wird, die Frage, inwieweit wir bei den Patienten, die eine Ganzhirnstrahlentherapie bei multiplatzerrebraler Metastasierung benötigen, inwieweit wir hier Strategien umsetzen können, um die Späteffekte zu minimieren und insbesondere die Neurokognition zu erhalten. Und es gibt eine Reihe von Konzepten, die hier mit moderneren Techniken auch umgesetzt wurden. Wir wissen, dass bestimmte Areale innerhalb des Gehirns für bestimmte neurokognitive Funktionen Relevanz haben und insbesondere die Schonung der hippocampalen Areale bei der Bestrahlung, also die niedrigere Dosierung der Hippocampi bei gleichzeitig applizierter höherer Dosis auf die restlichen Gehirnareale ist ein Konzept, was mit der intensitätsmodulierten Strahlentherapie technisch umsetzbar ist. Und wir wissen, dass weniger als 5% der zerebralen Metastasen im Hippocampus auftreten, sodass das wohl auch eine sichere Option ist. Es gibt Studien, die sich mit der Verwendung neuroprotektiver Medikamente beschäftigen. Und natürlich sehen wir zunehmend auch einen Shift weg von der homogenen Bestrahlung des Gehirns hin zu einer fokalen Applikation von Bestrahlung auf die sichtbaren Metastasen. Ich möchte einmal ganz kurz ein paar Daten zur Neuroprotektion im Kontext der Ganzhirnbestrahlung mit Ihnen besprechen. Wir sehen auf der oberen linken Seite die Daten für die Hippocampus schonende Ganzhirnbestrahlung im Vergleich zur konventionellen Ganzhirnbestrahlung. Hier die Neurokognition getestet mit dem Hopkins Verbal Learning Test. Und in zwei Domänen sehen wir hier signifikante Verbesserung oder einen signifikant besseren Erhalt neurokognitiver Funktionen durch die Schonung des Hippocampus, durch Dose-Panting, durch Niedrigdosierung der hippocampalen Areale bei der Ganzhirnbestrahlung. Ähnliche Ergebnisse sehen wir auch, wenn wir neuroprotektive Medikamente während der Strahlentherapie und nach der Strahlentherapie anwenden. Und hier ist insbesondere der NMDA-Rezeptor-Antagonist Memantin ein Medikament, was vielversprechend ist. Und in einer randomisierten, kontrollierten Studie hier unten links gezeigt, sehen wir, dass die neurokognitiven Defizite, die in etwa 70 Prozent der Ganzhirnbestrahlungen beschrieben sind, deutlich reduziert werden können in einem Bereich von etwa 50 Prozent. Und die Kombination von Hippocampus-Schonung und Neuroprotektion mittels Memantin, hier auf der rechten Seite ebenfalls in einer randomisierten, kontrollierten Studie getestet, hat ähnliche, auch länger anhaltende neuroprotektive Effekte gezeigt. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die Patienten auch mit multiplen zerebralen Metastasen zunehmend länger überleben und zunehmend auch länger mit den behandlungsassoziierten Toxizitäten zu kämpfen haben. Ein kleiner Wermutstropfen bei der Verwendung neuroprotektiver Technologien und Medikamentenanwendungen zeigt sich in dieser Analyse der Arbeitsgemeinschaft Hirntumoren der Deutschen Gesellschaft für Strahlentherapie, federführend von Leipzig geleitet, die eben klar demonstriert, dass die neuroprotektiven Ansätze in der täglichen klinischen Versorgung noch nicht so angekommen sind, wie sie vielleicht auf der Basis der Studiendaten angekommen hätten sein müssen. Nur etwa die Hälfte der deutschen Zentren, der österreichischen und Schweizer Zentren, die hier in dieser Befragung teilgenommen haben, verwenden gelegentlich Hippocampus-schonende Bestrahlungstechniken und nur etwa ein Viertel der Zentren auf einer regelmäßigen Basis verwenden Hippocampus-schonende Techniken. Noch ernüchternder sehen die Daten für die Verwendung von Memantin zur Strahlentherapie aus. Nur gut 10% der befragten Radio-Onkologen verwenden Memantin in Kombination mit der Ganzhirnbestrahlung oder der Hippocampus-schonenden Ganzhirnbestrahlung, wobei man hier einschränkend sagen muss, dass Memantin in Deutschland für diese Indikation formell nicht zugelassen ist. Wir haben also große Schritte noch vor uns, was die Verbesserung der Neurokognition angeht und die technischen Entwicklungen. Die Verwendung von bildgeführter Strahlentherapie, von Hochpräzisionsstrahlentherapie ermöglicht uns, punktgenau, millimetergenau in auch bewegenden Organen hohe Strahlendosen anzuwenden, die Anwendung auch bildgebend abzusichern und hier im Bestrahlungskopf zu sehen, diese kleinen Bleilamellen, der sogenannte Kollimator, ermöglicht uns im 360-Grad-Bereich hochpräzise Dosis auf auch kleinste Metastasen einzustrahlen und somit eine deutlich verbesserte dosimetrische Schonung des umliegenden Gewebes auch zu verwenden. Das ist ein Fall, wie wir ihn in unserer Klinik leider relativ regelmäßig sehen. Ein knapp 60-jähriger Patient mit einem malignen Melanom und 18 Monate nach initialer Diagnose und Therapie wurde der Patient im Tumorboard vorgestellt mit drei klar erkennbaren zerebralen Metastasen und in der interdisziplinären Tumorkonferenz wurde im Konsens mit den dermato-onkologischen Kollegen, mit den Onkologen entschieden, hier auf eine ganz Hirnstrahlentherapie, wie sie noch vor einigen Jahren Standard gewesen wäre, zu verzichten und eine Präzisionsstrahlentherapie anzuwenden. Der Bestrahlungsplan ist hier zu sehen und wir sehen, wenn wir die dosimetrischen Karten ähnlich wie bei einer Wetterkarte analysieren und sehen, der rote Bereich, das sind die Hochdosisareale und die blauen Bereiche, die Niedrigdosisareale, dass wir sehr, sehr präzise, sehr hohe ablative Dosen auf die Metastasen anwenden können und dann einen sehr, sehr steilen Dosisgradienten zum gesunden Gehirngewebe erreichen können, sodass das umliegende Gehirngewebe nur noch mit minimaler Dosis versorgt wird und damit können wir sehr hohe Einzeldosen mit einer Bestrahlungssitzung wenigen Minuten Behandlungszeit applizieren und wie wirkungsvoll lokal eine solche ablative radiochirurgische Behandlung ist, sehen wir hier im Follow-up MRT nach drei Monaten, man sieht nur noch residuelle Befunde und auch in der Aminosäure PET MRT neun Monate nach Radiochirurgie sehen wir, dass keinerlei residuelle metabolische Aktivität in der bestrahlten Metastasenregion mehr nachweisbar ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob für alle Patienten eine Präzisionsstrahlentherapie wirklich die Behandlung der Wahl ist oder ob wir auch noch Indikationen für die Ganzchenbestrahlung haben. Hier sehen wir eine von mehreren randomisierten Studien, wo die Präzisionsstrahlentherapie bei limitierter cerebraler Metastasierung 1 bis 3 oder 1 bis 4 Metastasen in den Studien jeweils definiert, verglichen wurde mit der zusätzlichen Ganzchenbestrahlung und obwohl die lokale Kontrollrate bei etwa 70 Prozent für die stereotaktische Radiochirurgie lag, sehen wir, dass die intrakranielle Kontrolle signifikant schlechter war als für die Ganzchenbestrahlung. Das allerdings übersetzte sich nicht in eine Verschlechterung des Gesamtüberlebens, wohl aber in eine erhebliche Verbesserung der ganzen neurokognitiv getesteten, neurokognitiven Domänen, wie wir hier in der rechten Tabelle sehen. Also insofern haben wir hier nicht nur eine deutliche Verbesserung der Neurokognition durch das fokale Verfahren, keine Verschlechterung des Gesamtüberlebens und zusätzlich auch die Möglichkeit, im Sinne einer Salvage-Behandlung bei weiteren Metastasen auch nochmal radiochirurgisch zu behandeln. Jetzt ist die Anzahl der Metastasierungen in diesen Studien relativ klein gewesen und die Frage stellt sich, ob wir, wenn wir so überzeugende Ergebnisse sehen, vielleicht auch bei höheren Anzahlen von Metastasen im Gehirn stereotaktisch behandeln können und dazu gibt es eine prospektive Studie, leider nicht randomisiert, wo Patienten eingeschlossen wurden mit einer bis zehn Hirnmetastasen, eine große japanische Studie und wir sehen in den Überlebenskurven in links gezeigt, dass das Gesamtüberleben derjenigen Patienten mit einer erhöhten Anzahl von Hirnmetastasen, also bis zu zehn Hirnmetastasen, nicht signifikant schlechter war, als das Überleben von Patienten nach Radiochirurgie für eine limitierte Anzahl von Metastasen. Die einzige Subgruppe, die signifikant besser abgeschnitten hat, war die Subgruppe der Patienten, die nur eine singuläre zerebrale Metastase aufwiesen. Auf der rechten Seite, auch wenn es etwas mit dem MMSE-Test etwas krude getestet wurde, die Neurokognition dieser Patienten, und wir sehen keinen Unterschied in der Neurokognition, wenn die Patienten auch für eine höhere Anzahl zerebraler Metastasen radiochirurgisch behandelt wurden. Insofern scheint auch in Ermangelung noch randomisierter, prospektiver, kontrollierter Studien eine fokale Strahlentherapie auch bei einer höheren Anzahl von zerebralen Metastasen ein gangbarer Weg zu sein. Das Problem der Strahlenbehandlung von multiplen zerebralen Metastasen mittels Radiochirurgie ist natürlich der immense Aufwand, den diese Behandlung benötigt. Der Patient benötigt mehrere Stunden Behandlung für einzelne Bestrahlungspläne, einzelne Radiochirurgien für jede Metastase. Die Vorbereitungszeit ist immens. Und in den letzten Jahren hat sich technisch die Möglichkeit entwickelt, auch multiple Metastasen mit hoher Präzision und hohen Einzeldosen innerhalb eines Bestrahlungsplans zu behandeln und damit die Behandlungszeit für den Patienten auf wenige Minuten zu verkürzen, die Vorbereitungszeit des medizinischen Personals auf Minuten zu verkürzen. Man kann für Dosisüberschneidungen der einzelnen Bestrahlungspläne erheblich besser korrigieren und kann auch, wie Sie auf der rechten Seite sehen, kleine Rotationsfehler, die bei der Bestrahlung auftreten, ebenfalls sehr, sehr gut korrigieren. Wir sehen also Präzision im Gehirn wird die Strahlentherapie auch der nächsten Jahre mit Sicherheit erheblich noch mal verändern. Und auch was das zweite große Organ angeht, für das die Strahlentherapie im palliativen Setting breit angewendet wird, sehen wir, dass dieser Shift sehr kontrovers und sehr lebhaft diskutiert wird. Auch hier kennen wir natürlich alle die ausgeprägten Osserenmetastasen, die bei vielen Patienten auftreten. Und auch hier ist die Strahlentherapie seit vielen Jahrzehnten eine sehr überzeugende palliative Behandlung mit klar definierten Zielen, einer Verbesserung der Schmerzsituation, der neurologischen Symptomatik, die durch Metastasen hervorgerufen sein kann, eine Vermeidung der Kompression des Rückenmarkes und für den Fall, dass die Patienten eine entsprechende Prognose haben, auch die Möglichkeit, den Knochen zu stabilisieren und eine Rekalzifizierung zu erreichen. Die palliative Strahlenbehandlung von Knochenmetastasen ist ein Verfahren ähnlich wie bei der Ganzchenbestrahlung, das mit moderaten Dosen einer relativ überschaubaren Präzision in einem schnellen Behandlungsverfahren gute Ergebnisse erreicht. Es gibt in vielen Kliniken sehr, sehr unterschiedliche palliative Bestrahlungskonzepte, alle auf der Basis großer, teilweise auch randomisierter Studien von ganz kurzen Schemata mit einer Bestrahlungssitzung, beispielsweise acht Grey-Doses, bis hin zu langen, protahierten Behandlungsschemata mit 20 Sitzungen über einen Zeitraum von vier Wochen. Und es stellt sich natürlich die Frage, für welche Patienten welches Konzept am besten geeignet ist. Und dazu gibt es eine Reihe von randomisierten Studien. Ich zeige Ihnen hier eine Meta-Analyse, die klar zeigt, wenn das primäre palliative Ziel der Strahlentherapie das Schmerzansprechen ist, dann scheinen diese Bestrahlungskonzepte sehr vergleichbar zu sein. Das heißt, das initiale Schmerzansprechen scheint äquivalent zu sein, wenn wir mit einer Strahlentherapiesitzung arbeiten, im Vergleich zu den langen, protrahierten, fraktionierten Bestrahlungskonzepten. Wenn das palliative Ziel sich allerdings verschiebt und länger anhaltende Schmerzansprechungsraten gewünscht sind oder auch eine Rekalzifizierung und Restabilisierung gewünscht ist, dann profitieren die Patienten eher von protrahierten, fraktionierten Behandlungsschemata. Und wir wissen aus mehreren Studien, dass die kurzen Bestrahlungsschemata häufiger das Risiko mit sich bringen, dass Wiederholungsbehandlungen beim Wiederauftreten von Symptomen notwendig werden. Das Gesamtansprechen von Schmerzen nach einer palliativ dosierten Strahlentherapie liegt abhängig von Histologie und Lokalisation und Metastasengröße in der Größenordnung von 60 bis 90 Prozent. Ein komplettes Schmerzansprechen, also eine komplette Schmerzfreiheit erreichen wir in bis zu 50 oder 60 Prozent unserer Patienten. Und wir sehen auch, dass wenn wir gut und fraktioniert dosieren, dass wir auch weitere skelettbezogene Ereignisse vermeiden können. Also Hospitalisierungen der Patienten aufgrund von Frakturen, aufgrund von erneuter Schmerzexerzerpation, Vermeidung von Operationen für Metastasenstabilisierungen. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, wenn wir diese Effekte sehen, ob es nicht Sinn macht, möglichst früh, auch schon vor Beginn einer Symptomatik, Knochenmetastasen, einer Strahlenbehandlung zuzuführen. Und dazu haben wir jetzt seit wenigen Tagen tatsächlich Daten aus einer randomisierten Phase-2-Studie, wo man Hochrisikoknochenmetastasen, ohne dass eine Symptomatik vorliegt, einer Strahlenbehandlung zugeführt hat oder einer Standard-of-Care-systemischen Behandlung aufgrund der Metastasierung nur unterzogen hat. Und Hochrisikometastasen in dieser Studie waren definiert als große Metastasen mit einem Durchmesser über zwei Zentimetern, Metastasen im Bereich der großen Gelenke, also Schulter, Hüfte, Metastasen an den Übergangsstellen der Wirbelsäule und Metastasen mit Beteiligung der Hinterkante an der Wirbelsäule. Und wir sehen, dass durch die palliative Strahlenbehandlung solcher Metastasen die skelettbezogenen Ereignisse letztlich komplett zum Verschwinden gebracht werden konnten. Also selbst nach einem Jahr nur wenige Prozent skelettbezogene Ereignisse nach palliativer Strahlentherapie im Vergleich zu bis zu 30 Prozent skelettbezogenen Ereignisse bei Nichtbestrahlung von asymptomatischen Hochrisikometastasen. Und wir sehen auch, dass selbst wenn die Metastasen asymptomatisch sind, wir doch in einem nicht unerheblichen Anteil der Metastasen, bis zu 30 Prozent, innerhalb der nächsten drei Monate eine Symptomatik erwarten müssen. Und diese Vermeidung von skelettbezogenen Ereignissen hat sich in dieser Studie in eine Verbesserung des Gesamtüberlebens für die Patienten übersetzt. Das ist ein Effekt, der etwas überraschend war, auch weil die Studie nicht für Overall Survival Analysen gepowert war. Aber das ist ein Effekt, den wir auch aus einigen Studien im Hinblick auf eine knochenmodifizierende medikamentöse Behandlung kennen. Also die Vermeidung skelettbezogener Ereignisse scheint eine Verbesserung des Gesamtüberlebens für diese Patienten zumindest nicht auszuschließen oder nahezulegen, dass so ein Effekt auch auftreten kann. Und insofern sind hier weitere Studien vonnöten, um diesen Skeletteffekt zu belegen. Aber das sind natürlich sehr, sehr spannende und sehr, sehr vielversprechende Daten auch für die palliative Knochenbestrahlung. Wir haben im Gehirn gesehen, dass wir technisch sehr wohl in der Lage sind, sehr präzise zu arbeiten. Und Sie haben vorhin den Knochenbestrahlungsplan gesehen, der im palliativen Setting häufig zum Einsatz kommt. Sehr, sehr große Felder, moderate Dosen. Und insofern ist natürlich die Frage, ob nicht auch im palliativen Setting Hochpräzisionstechniken strahlentherapeutisch einen Vorteil für die Patienten bringen. Hinsichtlich einer Verbesserung des Schmerzansprechens. Und wir haben gesehen, dass fraktionierte höhere Dosen hier wohl einen länger anhaltenden Effekt mit sich bringen. Verbesserungen der lokalen Kontrolle. Und möglicherweise, und wir haben ja schon Andeutungen in den letzten Talks dazu gehört, sind Hochpräzisionsansätze strahlentherapeutisch auch ein guter Weg, ablativ Metastasen im oligometastatischen Kontext zu behandeln. Und dieses radiochirurgische Konzept aus dem Gehirn ist im Körper natürlich genauso verfügbar. Heißt dort stereotactic ablative body radiotherapy oder SABER. In Deutsch häufig auch SBRT, also stereotaktische Körperstrahlentherapie genannt. Es gibt mittlerweile drei randomisierte Studien, die den Einsatz von SABER-Techniken, also Hochpräzisionsstrahlentherapie im palliativen Setting, in der palliativen Therapie von Knochenmetastasen untersucht haben. Und ich stelle hier kurz zwei Studien vor. Das ist zum einen die Heidelberger Phase 2-Studie, der SMART-Trial mit 55 Patienten, wo wir in der oberen Abbildung links sehen, dass das Schmerzansprechen zumindest nach sechs Monaten und dann auch im längerfristigen Verlauf signifikant besser war, wenn eine Einmaldosis mit 24 Grey angewandt wurde, im Vergleich zu einem palliativen Konzept mit 10x3 Grey. Ähnliche Ergebnisse sind auch in einer vor kurzem veröffentlichten kanadischen Studie, dem NCSC-Trial, gezeigt worden mit knapp 250 Patienten. Hier wurde randomisiert zwischen zwei Bestrahlungsfraktionen mit 12 Grey in Hochpräzisionstechnik im Vergleich zu 5x4 Grey. Und in dieser Studie sehen wir ebenfalls ein schnelleres Schmerzansprechen, ein schnelleres Auftreten eines kompletten Schmerzansprechens und auch eine schnellere Rekalzifizierung der Knochen, wie das hier mit dem SINSS-Score nach drei und sechs Monaten gemessen wurde. Also wir sehen durch die Hochpräzisionsstrahlentherapie in diesen beiden Studien einen klaren Trend hin zu einem besseren oder schnelleren Schmerzansprechen und zu einer schnelleren Knochenstabilisierung. Man muss hier allerdings etwas Vorsicht walten lassen. Wir haben seit einigen Wochen auch Daten aus einer dritten randomisierten Studie, dem RTOG 0631-Trial. Und dieser Trial war bedauerlicherweise negativ, sodass diese Daten noch nicht so sicher für bare Münze genommen werden können, wie wir das natürlich nach zwei positiven Studien eigentlich gehofft hätten. Auf der anderen Seite sehen wir aus diesen Studien, dass die Toxizität einer Hochpräzisionsknochenbestrahlung wohl relativ überschaubar ist. Das sind die Daten aus dem NCIC-Trial. Und wir sehen, dass im Vergleich zur konventionell fraktionierten palliativen Strahlentherapie wir keine signifikant gesteigerte Rate an Grad 2 bis 4 Toxizitäten in dieser Studie beobachten konnten. Und insofern liegt es natürlich nahe, dieses Hochpräzisionskonzept im oligometastatischen Setting bei Knochenmetastasen anzuwenden. Und der letzte Vortrag hat das ja schon so ein bisschen auch angedeutet. Das ist ein Patient mit einem Prostatakarzinom, wo wir doch häufig eine ossäre Oligometastasierung sehen. Insbesondere natürlich dadurch, dass wir sehr, sehr früh auch mit moderner Bildgebung, mit PSMA, PET-CT beispielsweise, eine Metastasierung detektieren können. Hier ein knapp 80-jähriger Patient, der zehn Jahre nach seiner Primärtherapie eine singuläre Ossäre-Metastase in L2 diagnostiziert bekommen hat. Und aufgrund des Alters wurde hier von einem operativen Vorgehen abgesehen. Der Patient erhielt eine oder war für eine stereotaktische ablative Knochenbestrahlung gebahnt. Das ist der Bestrahlungsplan, den wir für den Patienten berechnet haben. Ein zweistufiges Dosis-Konzept mit einer palliativen Dosis auf den gesamten Dirbelkörper und einer hohen integrierten ablativen Dosis auf die sichtbare Metastase unter Schonung des Spinalkanals, um eine bestmögliche Neuroprotektion hier zu erreichen. 5x8 Grey auf die Metastase. Und dieses ablative Verfahren hat dazu geführt, dass 18 Monate nach Strahlentherapie die Metastase letztlich im Follow-up PSA-PET-CT nicht mehr detektierbar war. Und daraus leiten sich natürlich diverse Studienideen und Studienkonzepte ab. Ich möchte eine Studie hier exemplarisch zeigen, die sich nicht exklusiv, aber weitgehend mit der ablativen Strahlentherapie von Knochenmetastasen beschäftigt hat. Im Sabre-Comet-Trial sind weit über zwei Drittel der Patienten eingeschlossen worden, die eine Oligoknochenmetastasierung aufwiesen. Und in dieser Studie wurde randomisiert zwischen systemischer Standard-of-Care-Behandlung und einer zusätzlichen Sabre-Therapie, einer Strahlenbehandlung. Und wir sehen hier, dass die Patienten im Sabre-Arm ein signifikant verbessertes progressionsfreies Überleben hatten, ein signifikant verbessertes Gesamtüberleben hatten. Und diese Patienten hatten auch, und das sehen wir hier in dieser Grafik, letztlich durch die höhere Dosierung keine Verschlechterung der Lebensqualität zu verzeichnen. Die globale Lebensqualität absolut vergleichbar und auch diverse Subdomänen der Lebensqualität, wie hier dargestellt, absolut vergleichbar zwischen Standard-of-Care und zusätzlich aggressiver ablativer Strahlentherapie. Trotz allem muss man sagen, dass die ärztlich beobachtete Toxizität erheblich in dieser Studie erhöht war von 10% auf 30% für Grad 2 bis 5 Toxizitäten. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Studie bei etwa einem Fünftel der Patienten ein Langzeitüberleben, und zwar auch ein progressionsfreies Langzeitüberleben, gesehen. Und das ist ein erheblicher Gewinn für diese Patienten, sodass auf der Basis der Saber-Comet-Daten mittlerweile eine ganze Reihe von Folgestudien laufen. Es gibt mehrere Studien, die die Anzahl der Metastasen für ein solches Konzept testen, der Saber-Comet 3 und der Saber-Comet 10-Trial. Und es gibt eine Reihe von Studien, die natürlich dieses ablative Verfahren auch histologieabhängig testen. Die NRG-Studien für Lunge oder Brustkrebs beispielsweise. Und wir haben in den letzten Vorträgen sehr, sehr klar den Stellenwert der verschiedenen Histologien und vermutlich sogar über die Histologie hinaus den Stellenwert der verschiedenen Biologien gehört. Es gibt Daten, und hier oben rechts zu sehen, Analysen aus der Arbeitsgruppe Stereotaxie der Deutschen Gesellschaft für Strahlentherapie. Die Histologie prägt natürlich erheblich das Ansprechen gegenüber einer ablativen Strahlentherapie. Hier in dieser Analyse in grün gezeigt, die relativ schlechten Ansprechraten kolorektaler Karzinome, die exzellenten Ansprechraten von Brustkrebs in blau gezeigt und andere Histologien, vor allem das NSCLC hier in der roten Kurve irgendwo in der Mitte rangierend. Und wie stark die Histologie tatsächlich bei diesem formell ablativen Verfahren doch die Prognose der Patienten prägt, möchte ich zum Schluss an einer Studie zeigen, die auch seit wenigen Wochen im Volltext publiziert wurde, der CURB-Trial, wo wir ebenfalls gegen Standard of Care ein ablatives Strahlentherapeutisches Vorgehen randomisiert bekommen haben. Und wir sehen auf der linken Seite in der Kaplan-Meyer-Kurve eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, wobei dieser Effekt in dieser Studie, in die Brust- und Bronchialkarzinom-Patienten eingeschlossen wurden, vor allem getragen wurde durch die Patienten mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom. Dahingegen haben die Patientinnen mit oligometastatischem Brustkrebs offensichtlich nicht von einer Saver-Therapie, also von einer fokalen Strahlenbehandlung profitiert. Und wenn wir in die Daten der NRG-BR002-Studie schauen, die zumindest auf der letzten ASCO vorgestellt wurden, scheint dieser Effekt auch in anderen Studien aufzufallen, sodass wir das Thema Biologie, Histologie im Kontext einer ablativen Strahlentherapie noch deutlich, deutlich besser verstehen müssen. Die Strahlentherapie ist ein sehr effektives, sehr gut toleriertes palliatives Bestrahlungsverfahren. Moderate Dosen, geringe Präzision vonnöten, allerdings die Effekte relativ zeitlich limitiert. Und mit der Verwendung von Präzisionsstrahlentherapie haben wir die Möglichkeit, Dosis zu eskalieren und Dosis zu fokussieren auf die individuellen Metastasen. Damit erreichen wir möglicherweise bessere Ergebnisse hinsichtlich der palliativen Ziele, möglicherweise bessere Ziele, aber auch im Sinne einer ablativen Therapie bei oligometastatischer Erkrankung. Und die Studien stehen noch aus und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren dann noch sehr, sehr viele, sehr spannende Daten erwarten dürfen. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Nikolai. Das sind wirklich sehr viele wichtige Informationen, glaube ich, die Sie uns gegeben haben. So in einer gewissen Weise ist ja die Strahlentherapie auch da wieder im Umbruch. Wir haben an einigen Organen im Moment eine Situation, wo die Notwendigkeit der Strahlentherapie infrage gestellt wird, weil die systemischen Therapien vielleicht teilweise so gut wirksam sind, dass man die Strahlentherapie gar nicht mehr braucht. Also ich gehe da auf die Diskussion am Rektumkarzinom oder Mammakarzinom ein. Und wir haben auf der anderen Seite Indikationen, die, glaube ich, auch neu entstanden sind. Dadurch, dass wir Studien haben, aber auch dadurch, dass wir Situationen haben, wo Patienten länger und besser auch durch Systemtherapien kontrolliert werden können, wo dann die Strahlentherapie wieder einen zusätzlichen Nutzen hat. Also es ist wirklich sehr, sehr faszinierend für mich zu sehen, wie sich auch da das Bild- und Einsatzgebiet der Strahlentherapie zum Teil jetzt verändert. Und Sie hatten ja gestartet mit den Gehirnmetastasen. Und da würde ich einfach auch so aus der Erfahrung der vielen Jahre als Onkologe sagen, das hat sich schon unglaublich auch positiv ausgewirkt, wie jetzt die Präzisionsmethoden im Gehirn, die Neurokognition, das Befinden der Patienten, auch die Nebenwirkungen beeinflussen. Und so ein bisschen wollte ich Sie fragen, es klang so an, als Sie gesagt haben, die Hippocampus-schonende Bestrahlung, die ist noch nicht komplett umgesetzt. Auch die medikamentöse Unterstützung mit dem Memantin ist noch nicht komplett umgesetzt. Ist das bekannt genug? Hat das eine Durchdringung? Oder wie stellen Sie sich das vor, dass das Patienten zugänglicher gemacht werden kann? Dass schonender, präziser, im Endeffekt vielleicht auch wirksamer, mindestens mit Blick auf Lebensqualität bestrahlt werden kann? Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Die Daten sind sehr, sehr frisch. Die Befragung ist vor einigen Monaten gelaufen. Und wir waren selber von den Daten relativ überrascht, weil wir davon ausgingen, dass natürlich die Studiendaten, wie wir von den großen randomisierten Studien vorliegen haben, dass die natürlich sehr, sehr schnell auch in der Breite umgesetzt werden. Insbesondere darauf natürlich abzielend, dass die Patienten bei besserer Prognose auch bessere Lebensqualität erreichen sollten und bessere Neuroprotektion erreichen sollten. Das wird ein Thema sein, was in die Fachgesellschaften gehen wird. Das wird ein Thema sein, was natürlich auch in der Diskussion mit den Patienten erheblich wichtiger sein wird. Jetzt ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr erhebliche Unterschiede in den einzelnen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sehen. Wir sehen erhebliche Unterschiede in den einzelnen Zentren, in der Art des Zentrums. Und das wird weiter aufzuarbeiten sein. Aber wir müssen da auf jeden Fall in eine Diskussion auch mit unseren Patienten eintreten. Und wir werden natürlich auch dahin kommen müssen, dass Patienten aktiv solche Verfahren auch einfordern müssen. Vielleicht wieder ein weiteres Argument dafür, für etwas, was ohnehin im Moment von der Deutschen Krebsgesellschaft, Krebshilfe und so weiter mehr und mehr gefordert wird, dass wirklich auch die Patientenperspektive und die Stimme der Patienten stark gemacht wird. Und andere Techniken könnten auch die der Zertifizierung sein, dass man das einfach auch überprüft und hier Benchmarks setzt, wo die Techniken zum Einsatz kommen. Denn es scheint mir wirklich sehr wichtig zu sein, wenn ich mir die Qualität der Daten ansehe. Dann gehe ich weiter. Wir haben ja noch einen Moment Zeit, die Dinge noch durchzudiskutieren. Extrem spannende Daten. Die eben publizierte Gillespie-Studie, die zeigt, wenn Knochenmetastasen an kritischer Position auftreten, sollten sie auch prophylaktisch bestrahlt werden. Und das würde ja induzieren, dass wir es anders machen als bisher. Denn da dürfte sich doch das Feld der Strahlentherapien und der Indikationen noch mal erheblich ausweiten, wenn das zur Umsetzung kommt. Davon ist auszugehen. Es ist natürlich in vielen Zentren schon, zumindest seitens der Strahlentherapie, üblich, auf diese Hochrisikosituation zu schauen. Das ist ein Konzept, was in den Köpfen der Strahlentherapeuten schon seit vielen Jahren eigentlich herumgeistert. In dem Wissen, dass wir nach einer Strahlentherapie diese skelettbezogenen Ereignisse auch im Sinn einer Rebestrahlung letztlich vermeiden. Und jetzt haben wir letztlich Phase-2-Daten, die das auch einmal substanziieren, was wir hier die ganze Zeit vermutet haben. Und das Konzept wird mit Sicherheit etwas stärker auch in die Tumorbots kommen. Und wir werden möglicherweise auch die Strahlentherapie etwas stärker schon hinsichtlich der prophylaktischen Bestrahlung pushen. Das waren randomisierte. Das war eine randomisierte Phase-2-Ebene, von daher auch noch nicht aushaltend gepowert, um die Überlebensdaten ganz final analysieren zu können. Aber wenn ich mich erinnere, zum Beispiel palliative Interventionen, die Themel-Studie vor zehn Jahren, da war auch ein unerwarteter Effekt auf das Überleben. Und das hat nun doch zu einer sehr starken Durchdringung und Propagation dieses Systems, dieses Prinzips geführt. Könnte ich mir das hier in gewisser Weise auch vorstellen. Haben Sie eine Erklärung, warum das Überleben verbessert sein könnte? Oder ist es doch zu früh, um da zu spekulieren? Also die Daten sind seit wenigen Tagen auf dem Markt. Die Arbeit ist sehr, sehr frisch. Ich meine, ähnliche Ergebnisse sehen wir ja in den Studien für Rankleganten oder Bisphosphonate. Da sehen wir letztlich auch, dass die Vermeidung von skelettbezogenen Ereignissen eine Verbesserung des Überlebens mit sich bringt. Die genauen Effekte können natürlich bezüglich der Hospitalisation auftreten. Die können natürlich aber auch auf biologischer Ebene auftreten. Wir haben ja auch gehört, dass Tumoren nicht nur in dem Bereich der Metastasierung den Knochen verändern, sondern auch darüber hinaus erhebliche Einflüsse haben können. Das wird natürlich weiter zu diskutieren sein. Und wir müssen diese Überlebensdaten natürlich auch nochmal in weiteren, größeren konfirmatorischen Studien belegt bekommen. Aber wir müssen auch hinsichtlich der Lebensqualität denken. Für einen Patienten mit einer Knochenmetastasierung ist es natürlich ein erheblicher Gewinn, wenn er im weiteren Verlauf auf eine Hospitalisation verzichten kann, wenn keine operative Intervention notwendig ist oder wenn eine Schmerzsymptomatik erst komplett ausbleibt. Und die Mobilität erhalten bleibt, die vielleicht ja auch einen erheblichen Einfluss hat auf Morbidität und sogar Mortalität. Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt, weil wir sehr viel über Präzision gesprochen haben. Und die stereotaktischen Verfahren, Gehirn, Knochen, auch in den Organen, ja von Ihnen im Wesentlichen mit der Photonenbestrahlung auch vorgestellt wurden und erörtert wurden oder ausschließlich, glaube ich, in Ihrem Vortrag. Wo spielt da die Technik der Protonentherapie mit hinein? Wo wird sie wirklich benötigt? Denn in der Breite ist sie ja nicht verfügbar und sie ist immens energieaufwendig und immens zeitaufwendig. Aber wo braucht man dann doch Protonen? Ob die Protonen einen Stellenwert bei der Hochpräzisionsstrahlentherapie kleiner Metastasen haben werden, da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher. Die Protonen haben einen klaren Stellenwert aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften und aufgrund dieses Dosisgradienten hinter der Energieabgabe an kritischen Lokalisationen, wo man letztlich einen ganz, ganz steilen Gradienten benötigt zwischen Risikoorgan und dem davorliegenden Tumor. Schädelbasis beispielsweise, Wirbelsäule, Sacrum. In diesen Bereichen hat die Protonentherapie einen guten Stellenwert. Im Kopf-Hals-Bereich könnte sie einen Stellenwert haben zur Schonung letztlich des Schluckapparates. Es gibt Diskussionen, ob sie im Midasthenum zur Herzschonung einen Vorteil hat. Daten werden momentan gesammelt. Es gibt Überlegungen, ob bei der Brustbestrahlung Protonen vielleicht einen Vorteil haben können zur Schonung des Herzens der Lunge. Das sind natürlich Indikationen, die relativ vage sind und wo wir natürlich auch immer daran denken müssen, dass das kein Verfahren sein wird in absehbarer Zukunft, das in der Breite verfügbar sein wird. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Nikolai, noch für die wichtigen Punkte in der Diskussion. Damit sind wir am Ende der Cancer Grand Rounds der ersten Runde 2024 angelangt. Wir werden dieses Format über das Jahr gesehen viermal aufbauen. Wir kommunizieren auch über die Homepage des Comprehensive Cancer Center Central Germany Leipzig-Jena die nächsten Termine und haben auch ein sehr interessantes Programm schon für dieses Jahr zusammengestellt. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unseren tollen Experten für die Vorträge. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso Spaß gemacht, uns hier im Studio mit diesen neuen Entwicklungen zu befassen. Haben Sie alle noch einen guten Winter und einen schönen Abend und bleiben Sie uns treu, kommen Sie wieder zu den nächsten Cancer Grand Rounds. Auf Wiedersehen.